Hier ist der Antritt, der Fahrrad-Podcast auf Detektor FM mit der zweiten Juli-Ausgabe 2024. Mein Name ist Gerolf Mayer. Ich bin Christian Bollert und ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen muckelig, endlich mal wieder im Studio zu sein. Weißt du, letzte Ausgabe von der Messe und so war schön, aber hier ist auch schön. Ich mag unser Studio irgendwie. Weiß nicht, wie geht's dir? Ja, stehen wir jetzt auch gerade eine Weile drin. Können wir auch gleich sagen, Ausblick auf diese Ausgabe. Wir haben just vor dieser Moderationsaufzeichnung mit unserem Kollegen Jens Klötzer aufgezeichnet und eine ganze Weile mit ihm auch mal wieder fernmündlich sozusagen. Aus dem Nähkästchen hat er geplaudert. Aus dem Nähkästchen, ja. Aus Frankreich, von der großen Rundfahrt. Jetzt hast du aber ganz schön viel erwarten, Christian. Das ist nicht ganz unerwartet, würde ich sagen, im Juli. Hast du ein Messefazit? Du hast mich dann ja verlassen. Stimmt, ich habe dich verlassen. Zur Eurobike. Ja, oder wie ist es dir so ergangen? Und so insgesamt? Bist du da? Ich hatte so ein bisschen so ein, also ich bin positiv von der Messe gegangen, aber ich hatte auch so ein Druckbetankungsgefühl. Das lag aber daran, weil ich auch ja nur anderthalb Tage auf der Messe war. Also am ersten Tag sind wir ja durch alle Hallen irgendwie. Du warst ja echt, ich wollte mir ehrlicherweise am Ende mir ein, zwei vielleicht sparen und du hast gesagt, nee, komm, das ziehen wir jetzt noch durch und so. Sind also durch alle Hallen einmal durch. Das war schon ziemliche Reizüberflutung, aber auch interessant, also ohne Frage. Vor allen Dingen diese eine Halle, in der wir dann waren, ich glaube vier, zwei oder so. Die neun, zwei, du meinst die asiatische? Genau, also mit vielen Zulieferern und so. Die fand ich tatsächlich auch nochmal sehr interessant. Das hat mich dann nochmal so auf den letzten Metern nochmal so ein bisschen gepusht. Aber tatsächlich musste ich dann los, weil ich einen anderen Termin in Berlin hatte und so und deswegen bin ich so ein bisschen wie rausgerissen worden eigentlich so ein bisschen. Also ich hätte gerne noch, also eigentlich war es auch anders geplant, ich wollte eigentlich bis mindestens Freitagnachmittag bleiben. Ich hätte gerne noch einen Abend und eine Nacht und einen Tag auf der Eurobike verbracht, um nochmal ein bisschen ausgeruhter, gezielter zum einen oder anderen Stand zu gehen. Das hatte ich leider nicht. Ich hoffe, du hattest das Vergnügen. Ja, hatte ich. Ja, ja. Ich war bis Samstag da. Ich habe auch die ganze Zeit gebraucht oder gut verwenden können. Und ja. Darauf bin ich ein bisschen neidisch natürlich. Aber das ist manchmal so. Ja, so es ist. Ja, vielleicht verrate ich ja am Ende dieser Aufzeichnung, was du, warum du dann weg bist, müssen wir ja jetzt noch nicht sagen. Und was du da erlebt hast. Achso. Ich habe da nämlich so eine Ahnung. Das ist jetzt auch nicht was, was, also das kann man auch mal machen, wenn ich, kann man aber mitnehmen. Ja. Genau, für mich war es auch spannend. Ich fand es schön, ne Messe. Und ja. Und ich muss sagen, irgendwie, ich war ja meine erste Messe in Frankfurt. Das haut schon hin. Sinn. Also es gab ja am Anfang so ein bisschen so, ah, ob das der richtige Standort ist und so. Aber es ergibt für mich total Sinn. Und vor allen Dingen auch, wir haben ja auch ein paar Gespräche zusammengeführt, die internationalen Gäste, die waren so klar für Frankfurt wegen Anreise per Zug, aber eben natürlich auch per Flugzeug. Es ist einfach logistisch, ergibt das so viel Sinn. Es spricht niemand mehr drüber. Also es ist so als Anekdote und es ist, also die Diskussion ist natürlich vorbei. Interessant finde ich die verschiedenen. Und es gibt auch ein paar, die sagen, früher war es ganz toll und so. Ja, war es ja auch. Ich war auch gerne am Bodensee und so. Aber genau, niemand sagt, es muss wieder zurück. Nee, weil das ist einfach durch. Haben wir glaube ich auch schon mal, haben wir schon im letzten Jahr, haben wir das schon festgestellt. Ja, ich bin ja ein bisschen spät. Ich war ja dieses Jahr zum ersten Mal in Frankfurt. Aber ja, also ich fand's, das wollte ich vielleicht noch sagen, das war für mich nochmal sehr, sehr augenöffnend, dass die Messe schon dahin gehört. So wird's wohl jetzt sein, wenn die Dinge sich weiter so bewegen, wie sie sich bewegen. Und ja, in dieses Internet gehört, finden wir jedenfalls zweimal im Monat so ein kleiner Fahrrad-Podcast rein. Mindestens. Der steht da einfach rum und wer den mag, der kann den sich anhören. Und wir tragen hier Sorge dafür, dass das auch im Juli so ist mit der zweiten Ausgabe, die hier aus dem kleinen, muckeligen Studio zu euch da draußen kommt. Gut, habe ich das so ungefähr richtig formuliert, Christian? Ja. Gut, dann können wir jetzt anfangen. Es geht los. Viel Spaß. Antritt. Der Fahrrad-Podcast von Detektor FM. Gute Tradition soll man pflegen und daran halten wir uns hier. Wenn unser Technik-Kollege Jens Klötzer im Sommer mit dem Wohnmobil des Tourmagazins nach Frankreich aufbricht, dann telefonieren wir ihm hinterher. Denn wir wissen, er ist der Tour de France auf der Spur und hört und schaut dort ganz genau hin. Wir fragen nach, was er alles entdeckt hat und so ist es auch in diesem Jahr. Der Tourtechniker erzählt uns von der Tour de France der Männer und ja, dass er das macht, ist eben eine dieser guten Traditionen. Definitiv. Und Ausfahrten, die finden ja nun wirklich nicht nur im Juli statt, sondern zu jeder Jahreszeit. Also natürlich und gerade auch im Sommer, vielleicht sogar ein bisschen häufiger als sonst. Auch wenn die Fahrradmesse Eurobike ja schon wieder vorbei ist, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, springen wir vielleicht nochmal kurz ein bisschen zurück, auch in dieser Episode, in dieser Ausgabe und hören von einer ziemlich besonderen Ausfahrt, die nämlich zwei Menschen zusammen angetreten haben. Ines und Jonas sind nämlich per Rad zur Eurobike angereist und Gerolf hat sie auf der Eurobike dazu befragt. Es ist also sehr meta, aber auch super interessant. Jens Klötzer vom Tourmagazin ist schon immer der Technikexperte dieses Podcasts hier und wir können es uns auch gar nicht anders vorstellen, ehrlicherweise. Das gehört sich so und genauso gehört es sich, jeden Sommer ein oder zwei große Etappenrennen in Frankreich zu veranstalten. Wir nennen sie die Tour de France und es ist auch irgendwie eine schöne kleine Tradition geworden, dass Jens zur Tour fährt, diese aus technischer Sicht beobachtet und uns dann hier im Podcast davon berichtet. So halten wir das natürlich auch in diesem Jahr und erreichen Jens nach der elften Etappe der Tour de France von Evo Leban nach Le Lioran. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Klingt nach Duolingo für mich, aber ja, es gibt auch noch andere Sprachlern-Apps. Die Tour de France ist also inzwischen im Zentralmassiv angekommen und wird sich weiter in Richtung Pyrenäen bewegen. Schon bewältigt wurde der Start in Italien, die ersten Alpen-Etappen, ein Einzelzeitfahren und eine Etappe mit ungefähr 30 Kilometer Schotteranteil, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, glaube ich, aber ungefähr, ja, ja, kommt schon hin. Deswegen dieser kleine Nachsatz von mir und ich bin ja nicht dort gewesen, aber Jens ist nicht nur dort gewesen, er ist auch noch dort. Wir wollen wissen, was das also alles für die Tourtechnik bedeutet und sagen, hallo Jens. Hallo, ich grüße euch. Wo bist du gerade? Ähm, irgendwo im Nirgendwo. Ich bin, ja, an den südwestlichen Ausläufern des Zentralmassivs, ich würde mal so grob sagen, zwischen Toulouse und Clermont-Ferrand vielleicht. Auch wenn diese Städte hunderte Kilometer auseinander liegen, aber dazwischen gibt es nichts, was man kennt. Ähm, ja, da ungefähr irgendwo bin ich gerade. Tatsächlich habe ich die beiden Städte schon mal gehört und kann mich jetzt ein bisschen besser orientieren, wo du ungefähr bist. Wir sind ja ein knallhartes journalistisches Medium und deswegen ist die erste Frage an dich natürlich, gibt es das eine große Technikthema in diesem Jahr bei der Tour de France aus deiner Sicht? Nee, das eine große gibt es nicht. Es gibt wie so oft viele, viele kleine, so Schnipsel, aber so wirklich irgendwas, was revolutionäres, was jetzt hier an den Start geschoben worden ist oder so, das kann man nicht sagen, dass es das gibt. Nee, nee, würde ich nicht sagen. Diese Tour, die ist in Italien gestartet, sie endet in Nizza und sie hat eine Etappe mit hohem Gravel-Anteil. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal nachgeguckt, es ist wirklich ein bisschen über 30 Kilometer, aber nicht 40, lieber Christian, nein, 32, glaube ich. Ach, 32. Also, beginnt in Italien, endet am Mittelmeer und der Schotter ist auch dabei. Macht diese Tour spannender als andere Ausgaben? Ja, das hat sie auf jeden Fall spannender gemacht. Auf jeden Fall war das eine extrem attraktive Etappe für das Publikum. Also zum Gucken war das extrem attraktiv, es war eine Riesenspannung da. Ja, es war ja auch noch so, dass Start und Ziel in einem Ort lagen. Das war ja so ein Rundkurs, was auch ungewöhnlich war. Und das hat es extrem attraktiv für das Publikum gemacht. Ich glaube, die Spannung vorher oder die Anspannung, die vorher da so drüber schwebte, die war schlimmer, als es dann doch am Ende war. Sie hat jetzt das Gesamtklassmann nicht wahnsinnig durcheinandergewirbelt. Sie hätte vielleicht das Potenzial dazu gehabt, aber es ist dann doch nicht so ganz viel passiert. Aber trotzdem war das natürlich super. Es waren spektakuläre Bilder, epische Bilder, Staubwolken irgendwie, wo man die Fahrer fast nicht mehr gesehen hat. Und auch mal irgendwie so eine gewisse Würze, ein neuer Anspruch, der da auf die Fahrer zukommt, weil das hat es relativ selten, dass die sich mit sowas auseinandersetzen müssen. Ich hatte leider eine total doofe Assoziation und musste sofort an Feinstaub denken, aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Was man ja auch im Vorfeld gehört hat und auch dann während der Etappe, dass gerade die Techniker der Teams jetzt nicht so die allergrößten Fans waren in dieser Schotter-Etappe. Hast du da irgendwelche Anpassungen gesehen extra für diese Etappe? Erstaunlich wenig, muss man sagen. Natürlich die Reifen. Also die Reifendiskussion, das fing schon Tage vorher an und die hat das Geschehen bestimmt und darüber haben sich die Mechaniker, die sportlichen Leiter und die Fahrer sicher ewig lang die Köpfe zerbrochen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es waren halt 30 Kilometer Schotter von einer Etappe, die, ich weiß nicht wie viel sie hatte, ich glaube 100, 140 oder sowas, bin ich mir ganz sicher. Aber es ist jedenfalls ein riesiger großer Asphaltanteil noch dabei und da irgendwie mit Crossreifen auf die Strecke zu gehen, ist dann auch keine gute Idee. Dann hat man auf den meisten Teilstücken dann doch einen riesen Nachteil. Und da muss man so den richtigen Kompromiss finden und so abwägen und die sind so ein bisschen robuster gegangen. Die Reifen hatten so 30 Millimeter im Schnitt, manche sind noch 32 gefahren, aber das waren schon Ausnahmen und so ziemlich das Dickste. Was so zu sehen war, der ein oder andere ein bisschen robustere Reifen war auch mal aufgezogen. Aber im Grunde waren es die ganz normalen Rennräder, die Aero-Rennräder, es waren ja jetzt auch nicht viele Höhenmeter dabei, sodass Aerodynamik trotzdem wichtig war. Und da haben sie eben Reifen reingesteckt, die gerade so reinpassen und damit sind sie auf die Strecke gegangen und die allermeisten sind doch auch echt ganz gut damit gefahren. Ja, also das war eine Diskussion, die wirklich alles bestimmt hat. Es ist halt auch, also es war ein fieser Schotter, muss man sagen. Ich habe da so ein paar Stückchen gesehen, was da so rumliegt. Da liegen halt Brocken rum, die sind scharfkantig und das kann halt schnell das Aus bedeuten. Aber zumindest die Favoriten sind da ganz gut durchgekommen. Das war es eigentlich an Anpassung, was sie da vorgenommen haben, ja. Dem entnehme ich, dass niemand irgendwie auf dem Gravel-Bike seines Ausstatters gewechselt ist. Nein, nein, nein. Davon war das alles weit entfernt. Wie gesagt, so zwei Millimeter mehr Reifenbreite. Der eine oder andere ist auf Tubeless umgestiegen. So Teams, die sonst irgendwie ganz zarte Baumwoll-Reifen mit Latex-Schläuchen fahren, haben ein bisschen robusteren Tubeless-Reifen aufgezogen. Andere Favoriten wie der Pocaccia, der fährt sonst mit Zeitfahr-Reifen von Continental. Der hat dann auch irgendwie den Standard-Reifen genommen, der ein bisschen mehr Pannenschutz bietet. Aber das ist im Grunde, sind das Nuancen. Das war nicht viel, ja. Also der Fokus der Etappe lag doch auch irgendwie schon noch auf einer guten Straßentauglichkeit und heil durch den Schotter kommen. Das war, glaube ich, so das Wichtigste. Wir hatten es in diesem Fahrrad-Podcast vor einer Weile mal von der Poolnudel. Ich vermute, dass zumindest die aber an einigen Rädern zum Einsatz kam. Aber du hast sie vielleicht nicht überall gesehen, weil die ist ja drinnen im Reifen. Genau, die sieht man nicht. Ich vermute aber, dass sie bei der Mehrzahl, wenn nicht sogar fast allen, zum Einsatz kam. Also ich habe ein paar Teams gefragt und alle, die ich gefragt haben, die haben das bejaht, zumindest am Vorderreifen, dass sie das da eingesetzt haben, damit der Reifen nicht runterspringt, wenn es einen Druckverlust gibt. Das haben sicher viele benutzt, auch wenn es nicht jeder kommuniziert, weil die gibt es nicht von so vielen Herstellern. Und wenn das dann nicht sponsorengetreu ist, dann wird es nicht verraten. Dann würde ich gerne noch bei dieser Schotter-Etappe bleiben, denn da gab es ja eine Situation, wo dann auch im Nachhinein relativ viele Leute nochmal drüber geredet haben, nämlich diesen Radtausch von Winkegaard auf Trattnig oder andersrum. Er hat ja Trattnigsrad dann genommen und so. Was ist da passiert? Wie ordnest du das ein? Also der Winkegaard hat einen Platten, so wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, ich weiß nicht, warum man drüber diskutieren muss. Natürlich hilft er seinem Kapitän und hilft ihm aus, damit er da keine Zeit verliert und gut weiterfahren kann. Die beiden haben die gleiche Rahmengröße. Deswegen ist der Trattnig auch öfter in der Nähe von Winkegaard zu sehen, einfach als Absicherung. Das ist schon auch Strategie und Taktik, was sie da betreiben. Dass es dann da so ein bisschen Chaos gab, dass der Winkegaard nicht sein Rad oder sein Ersatzrad wiederbekommen hat, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, woran es gelegen hat. Aber er ist gut durch diese Etappe gekommen auf dem Rad von seinem Teamkollegen. Und ich wüsste nicht, warum man da diskutieren sollte. Nee, genau. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute überrascht waren, was du jetzt eigentlich ganz gut erklärt hast, dass der Trattnig ja auch die Aufgabe hat, sozusagen in der Nähe von ihm zu fahren. Das hat, ich glaube, Grischa Niermann auch im Nachhinein nochmal erklärt. Das ist halt an dem Tag seine Aufgabe gewesen, in seiner Nähe zu sein, wenn er einen Defekt hat. Und dann im Zweifel eben dieses Rad auch ihm geben zu können, weil er eben fast identisch, ich glaube, ein Millimeter Sitzhöhenunterschied oder was hieß es irgendwie. Ja, genau. Das ist was, was man nicht merkt. Und die müssen dann als sportliche Leiter auch abwägen. Sie haben nur zwei Autos im Rennen. Das war dann dort auch sehr zerpflückt. Es gab viele kleine Gruppen. Und mit zwei Autos muss man seine acht Fahrer irgendwie abdecken. Wenn alle in einem Feld fahren, ist das kein großes Problem. Aber wenn halt schon drei oder vier Gruppen sind, dann muss man mit zwei Autos ein bisschen gucken. Und dann muss man entscheiden, fahre ich jetzt zu dem vor? Und da kommt er mit dem Rad klar. Und in dem Fall war es wahrscheinlich die Entscheidung, der kann auf dem Rad super fahren. Es ist fast identisch. Und dann sichern wir lieber hinten die ab, damit da keiner irgendwie ganz aus dem Zeitlimit fällt. Dann bewegen wir uns mal ein bisschen weg von dieser einen Etappe, über die am Anfang so viel gesprochen wurde und dann gar nicht so viel passiert ist. Und jetzt auch danach sprechen wir noch ganz viel darüber. Wie sieht es denn mit den Rädern, mit den Setups so für die normalen Etappen aus? Hast du irgendwelche Spezialitäten entdecken können oder ist dir irgendwas aufgefallen? Ja, natürlich. Ich gucke ja da genau hin. Und so ein paar Sachen sind mir schon aufgefallen. Also was mir zum Beispiel zum einen auffällt, ist so die Entscheidung zwischen fahre ich ein aerodynamisches, schwereres Fahrrad oder fahre ich ein sehr leichtes, aber nicht so aerodynamisches Fahrrad. Also die kippt immer mehr Richtung Aerorad und zum einen hängt es damit zusammen, dass wir jetzt noch nicht die ganz großen Bergetappen hatten, bis auf heute vielleicht. Da waren es viele Höhenmeter, aber es sind auch inzwischen viele Teams, die sagen, nee, wir geben uns diesen logistischen Wahnsinn nicht mehr mit für jeden Fahrer irgendwie zwei Radtypen und jedes dann noch als Ersatzrad und dann noch verschiedene Laufräder. Und das ist halt ein Riesenaufwand irgendwie dann auch jeden Tag diese Autodächer zu bestücken, richtig? Und da sind jetzt einige Teams mehr, die dazu übergegangen sind, wirklich nur noch ein Radmodell auch zur Tour de France mitzunehmen. Heute war so ein Tag, wo man, wenn man Leichtbaurad fahren will, das auch an den Start holt. Aber ich sage mal, zehn Prozent vielleicht der Fahrer greifen dann noch dazu. Das sind so ein paar Bergfahrer, die ja heil auf so eine Etappe suchen, die dann wirklich auf Sieg fahren. Der eine oder andere Favorit, der Winkegaard, ist heute ein Leichtbaurad gefahren, aber das ist wirklich selten. In der Regel sitzt er auf dem Aerorad. Auch auf der Etappe über den Tourmalet ist er Aerorad gefahren. Und das ist schon auffällig, dass die Entscheidung immer mehr dahin geht und die Teams das wohl doch als die wichtigere Eigenschaft erachten. Beziehungsweise in der Abwägung oder in der Berechnung, da wird ja auch wahnsinnig viel Wissenschaft betrieben, ist es tendenziell die bessere, die schnellere Wahl. Auch weil die Räder leichter werden. Vor ein paar Jahren war da der Unterschied vielleicht noch ein Kilo. Heute sind es teilweise nur noch 200 Gramm und dann fällt das Pendel doch eher mal Richtung Aerorad, weil es die schnellere Wahl ist. Das ist mir aufgefallen. Bei den Antrieben ist mir auch was Besonderes aufgefallen. Da gab es letztes Jahr noch so, das wurde so ein bisschen als Experiment abgetan, dass das damalige Jumbo-Wismar-Team, heute leistet Wismar-Liese-Bike, also das Team um den Jonas Winkegaard. Die sind auf manchen Etappen Einfachantriebe gefahren, also haben den Umwerfer weggelassen, nur ein Kettenblatt montiert und eine weitgespreizte Kassette. Meistens auf relativ flachen Etappen. Das sieht man bei der diesjährigen Tour immer öfter. Viele Teams, die mit SRAM fahren, weil die Schaltungen dafür ausgelegt sind, beziehungsweise die Komponenten da sind, da habe ich selbst heute auf dieser Etappe mit 4.300 und irgendwas Höhenmetern und teilweise echt steilen Stücken, gab es ein, zwei Fahrer, die ohne Umwerfer gefahren sind. Das ist spannend. Das spart nicht unwesentlich Gewicht. Das sind schon so 200 Gramm ungefähr. Ja, ein bisschen aerodynamischer wird es auch sein. Aber das zeigt so, dass viele damit klarkommen. Es gibt diese Bergkassetten, dass man solche Gänge dann doch auch mitnehmen kann. Die sind zwar weit gespreizt, aber wer da ein bisschen flexibel ist in seiner Trittfrequenz, der versucht es halt und tunt sein Rad damit so ein bisschen. Da würde mich interessieren an der Stelle, Jens, betrifft das nur Teams, die auf SRAM fahren? Oder sind es sogar auch Leute, die Shimano ausgestattet sind, wo es das serienmäßig gar nicht so gibt? Ja, mit Einschränkungen bei Shimano-Teams nur beim Zeitfahren. Beim Zeitfahren hat man es sogar häufig gesehen. Riesenkettenblatt, irgendwie 60 Zähne oder so. Kein Umwerfer dran und eine Kettenführung. Da sieht man es auch. Die Shimano-Straßenräder habe ich bisher nur mit zweifach Kettenblatt gesehen. Aber SRAM-Teams sind ja nicht wenige. Das sind vier, fünf vielleicht. Und da sieht man eigentlich bei jedem Team so den einen oder anderen, die das machen. Und auf den flachen Etappen machen sie es fast überwiegend. Da gibt es fast nur wenige, die mit Umwerfer fahren. Das finde ich so eine ganz spannende Entwicklung. Jetzt hast du gerade das Einzelzeitfahren angesprochen. Ist da noch was anderes bei dir aufgefallen? Oder gibt es irgendwie Dinge, wo du gedacht hast, kurios? Ich finde, Zeitfahren ist immer so ein bisschen, da gibt es häufig die interessantesten Entwicklungen. Ja, 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 da gibt es sehr interessante Entwicklungen. Was mir da aufgefallen ist, sind so diese Lenker. Also fast keiner dieser Profis hatte noch den Originallenker von dem Rad da dran. Auch wenn er sich irgendwie noch so gut einstellen lässt. Das sind maßgefertigte Sonderanfertigungen, die entweder irgendwie auflaminiert sind aus Carbon auf die Position des Fahrers. Oder teilweise aus dem 3D-Drucker kommen. Und selbst wenn die Lösungen der Anpassung, die da an den Originalrädern sind, eigentlich gut sind, fahren die inzwischen alle irgendwie so einen Sonderlenker von irgendeiner kleinen Spezialistenfirma, die da die Räder oder die Lenker auf Maß anpasst. Das war, bis voriges Jahr war das noch so irgendwie den Favoriten vorbehalten und dem Zeitfahrweltmeister und so Kandidaten, die diese Etappe gewinnen wollten. Aber dieses Jahr fast an jedem Rad zu sehen, fand ich spannend. Und wo ich gerade den 3D-Druck gesagt habe, fällt mir ein, dass da auch echt viel zu sehen ist inzwischen. Also die Teams haben da offenbar leichter Zugriff drauf oder die Sponsoren, keine Ahnung. Und da sieht man ganz viele Sachen. Also das geht von Kleinigkeiten wie einem Startnummernhalter, der da speziell an die Aerosattelstütze angepasst ist, der ausgedruckt wird. Über eben so Zeitfahrlenker oder Aufsätze vorne für die Hände, dass sich da Schaltknöpfe an ganz verschiedenen Orten positionieren lassen. Jeder Fahrer anders und da wird es für jeden Einzelnen ausgedruckt. Bis hin zu aerodynamischen Verkleidungen für Radcomputer. Kürzlich erst gesehen bei zwei Teams, die, ja, die, also ein Team kam damit an, irgendwie schon am Grand-Depart. Und jetzt habe ich vorgestern das zweite Team damit gesehen, habe ich mal gefragt, wo kommt es her? Ja, ja, die haben wir vor drei Tagen gekriegt, sind gerade ausgedruckt worden. Das wird, glaube ich, immer mehr Raum einnehmen so und denen wird da immer mehr einfallen. Im Moment sind es noch so Kleinigkeiten, wie gesagt, so Kettenführungen und so ein Kleinkram halt. Aber wie man es jetzt bei den Liegelenkern an den Zeitfahrrädern schon sieht, das kann auch noch größer werden. Und das gibt es halt aus Titan, das gibt es aus Kunststoff. Irgendwann wird die Technik so weit sein, dass man das sicher auch irgendwie mit Faser verstärkt und Carbon machen kann. Und da kann man gespannt sein, was da noch alles kommen wird, ja. Finde ich interessant, denn ich kann mich daran erinnern, dass wir vor einer Weile darüber gesprochen haben, dass so diese Sonderlösungen, die man so früher so gefunden hat, dass die eher abgenommen haben. Wahrscheinlich auch dadurch, dass viel mehr Leute irgendwie Kameras haben oder an jedem Telefon sowas dran ist. Und dass man dann, um den Sponsor zu bedienen, natürlich nicht so viel da Modifikationen hat oder irgendwie einen Reifen mit einem ausgeschwärzten Logo oder sowas. Klingt aber danach, als würde es jetzt wieder durch 3D-Druck vor allem deutlich kreativer werden. Ja, das ist so eine kleine Renaissance, muss man sagen. Das mit den Sponsoren hat natürlich, also es hat nicht abgenommen. Also ich habe ja gerade von diesem Computerhalter gesprochen, der hat dann einen Sponsorenaufkleber trotzdem vorne drauf, damit das konform ist. Aber ja, du sagst es richtig, das macht kreativ, weil man weniger Aufwand hat, irgendwie eine Idee umzusetzen. Ja, wenn irgendeiner auf eine Idee kommt, es könnte irgendwie minimale Vorteile bringen, ausprobieren, dann lässt sich das sehr schnell umsetzen. Und ja, dann ist es auch mit irgendeinem Lieferwagen auch in wenigen Tagen dahingefahren, irgendwo ins Nirgendwo, in die Mitte von Frankreich. Und wo du von diesen einzelnen angepassten Aufliegern sprichst, ist das ein Komfortthema oder vielleicht nicht Komfort, aber so ein Haltungsthema oder ist das ein Aerothema oder ist es eine Kombination? Ja, beides. Dass man sagt, wir passen. Ja, ja, das ist so Ergonomie und Komfort und natürlich Aerodynamik auch. Also die Auflageflächen sind dann größer. Früher gab es eben nur diese Armpads, wo man mit den Ellbogen drin gelegen hat und vorne an den Auslegern hat man sich festgehalten. Und jetzt sind das halt so richtig ausgeformte Schalen, wo die Unterarme drin liegen. Das hat einen Komfortaspekt. Das ist natürlich bequemer. Aber auch die Handhaltung, also wie der Fahrer am liebsten die Hände hält, ob die jetzt angewinkelt sind, der Handrücken oben ist oder an der Seite ist, der hat dann vorne genau so eine Fläche, dass er die genau so dahin positionieren kann, wie er am liebsten fährt. Und dass der Schaltknopf auch genau unter seinem Daumen liegt. Das ist dann eben millimetergenau ausgedruckt. Und das ist dann auch so eine kleine aerodynamische Verkleidung, so ein bisschen, dass die Arme in so einer Schale sitzen und die Luft so ein bisschen dran vorbeigeleitet. Das versucht man zumindest, dass da gleich irgendwie noch diesen Effekt mitzunehmen. Die Computer können da super drin versteckt werden. Auch da wird dann irgendwie ein Halter gedruckt, der da genau da reinpasst und mit zwei Schräubchen befestigt wird, ohne dass man da irgendwie mit Kabelbindern oder sonst irgendwas basteln muss. Das sieht schon alles jetzt ziemlich professionell aus. Da gab es früher viel mehr improvisierten Kram. Ja, ich muss sagen, es erinnert mich so ein bisschen an das Fahrrad, mit dem ich zum Einkaufen fahre. 60 Ritze, also 60 Zähne vorne, dann diese ganzen Ero-Sachen und so. Nee, klingt schon sehr, sehr ausgefallen. Aber was uns tatsächlich auch aufgefallen ist beim Einzelzeitfahren, hat es ja mindestens im Fernsehen einen Kettenabwurf gegeben, den man gesehen hat. Hast du das mitbekommen und weißt du, was da passiert ist? Ich habe es leider nicht mitbekommen, nee. Weißt du noch, wer es war oder welches Team? Meine Notiz dazu, die liegt ungefähr 15 Meter von hier entfernt. Die habe ich stummerweise nicht mit reingenommen. Kann ich dir gerade nicht sagen. Gut, haben wir uns also gegenseitig erwischt, dass wir hier nicht alles irgendwie wissen. Es gab aber noch was anderes beim Einzelzeitfahren. Da wollte ich dich jetzt auch noch fragen. Und zwar Julien Bernard von Lidl Track. Der hat unterwegs, ist ja durch so ein Spalier gefahren offensichtlich von Fans. Dann stand seine Frau mit Kind da noch am Streckenrand. Da hat er die geküsst. So und jetzt haben die dem 200 Franken Strafe aufgebrummt. Was ist da los? Also ich bekomme so eine Diskussion dann nur am Rande mit. Und ich habe auch das Einzelzeitfahren nur am Rande mitbekommen, weil ich bin da natürlich den ganzen Tag durch die Boxengasse geschlendert. Man muss dazu sagen, das war ein ziemlich kleiner Ort. Und die Aufstellfläche für die Teambusse war eine sehr schmale Straße. Und es stand dann alles so hintereinander. Und es hat sich ungefähr drei Kilometer lang gezogen bis raus aus dem Ort auf die Weinfelder. Und da gab es ziemlich viel zu laufen und da natürlich trotzdem auch den ganzen Tag ziemlich viel zu sehen. Deswegen habe ich da fast kein Fernsehen geguckt an dem Tag. Und ich habe auch die Diskussion um den Bernano am Rande mitbekommen, dass er da angehalten hat. Dass er seine Frau an der Strecke geküsst hat. Soweit ich das gehört habe, ging es irgendwie auf die Regel zurück, dass er sich nicht als Sportsmann grob gesagt verhalten hat. Man muss sich, man soll Vorbild sein. Und das ist aber eine ziemlich schwammige Regel, weil da steht nicht explizit drin, was man darf und was man nicht darf. Und dann gibt es halt irgendwie eine Jury, eine Kommission, die dann entscheidet, das hätte er nicht machen dürfen. Aber das steht nirgendwo so festgeschrieben. Und da wurde hier im Nachhinein auch im Pressezentrum und was man so über die Social-Media-Kanäle so mitbekommt, viel diskutiert, ob das sein muss, ob das notwendig ist. Der Bernano hat sich auch selber geäußert. Er würde Jahre im Voraus diese Strafe weiter bezahlen, um das immer wieder machen zu können oder so ähnlich. Ja, eine Randgeschichte. Ich glaube, da haben sich die Kommissäre nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist eigentlich eine nette Geschichte. Und das hätten sie durchgehen lassen sollen, weil damit machen sie sich eher unsympathisch. Ja, und da wir hier auch über die Technikthemen sprechen, kann ich sagen, technisch war das alles sauber. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Das war völlig in Ordnung. Ja, also Sportmänner küssen nicht oder haben keine Frauen, keine Kinder. Naja, wer weiß. Ja, das Verrückte ist halt, auf einer Straßenetappe hätte keiner was gesagt. Also da zählt es ja irgendwie zum gewohnten Bild, wenn da ein französischer Fahrer durch sein Heimatdorf fährt. Dann darf der vorne rausfahren irgendwie, dann macht das ganze Feld ein bisschen ruhiger, dann kriegt der 400 Meter Vorsprung. Dann darf der anhalten, seine Frau, seine Schwiegermutter und sein Kind küssen und dann geht es in aller Ruhe weiter und da gab es noch nie so eine Strafe. Ja, war das nicht sogar letztes Jahr so die große Verabschiedung von, ich komme jetzt gerade nicht drauf, einen der französischen... Ja, ja, ja. Ja, ich erinnere mich, aber ich komme gerade auch nicht drauf. Ja, genau. Also nicht Bardet, sondern der andere, der immer so als Favorit galt und es nie so ganz geschafft hat, eben die Tour zu gewinnen. Ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen, aber da war es definitiv so, dass er dann auch zu seinen Fans und die so umarmt hat und so und war auch ein super Bild, war ein schönes Bild. Aber genau, ich würde sagen, haben wir abgehakt, das Thema. Hätte er jetzt auch nicht damit rechnen müssen, dass er dort bestraft wird, ja. Ja, und wir merken ja, dass genau diese Sachen dann auch hängen bleiben und ja auch irgendwie zur, sag ich mal, der Attraktivität dieses Rennens beitragen. Ich habe in der Zwischenzeit nachgeschaut, es ist mit diesem Kettenabwurf des Marsch Stefan Küng, so hatte ich es auch ungefähr im Kopf. Gut, wissen wir nicht, was da passiert ist, wir können ja nicht hinter jedes Geheimnis kommen, aber bei einer Sache, bei einem sehr offenen Geheimnis oder größer als ein Geheimnis, da wirst du uns garantiert was sagen können, Jens. Es sind vor der Tour aerodynamische Vorderreifen vorgestellt worden. Ich vermute, die sind auch im Einsatz und ich will von dir einfach wissen, wie lange hast du darauf gewartet? Ich, ach, ich habe eigentlich gar nicht darauf gewartet. Wir wussten, dass es aerodynamische und weniger aerodynamische Vorderreifen gibt, aber die Unterschiede waren gering und das war dann auch irgendwie eher zufällig begründet. Ja, der alte Conti 4000, das wissen wir dann irgendwie aus, zufällig haben wir das in Windkanalmessungen mitbekommen, dass der offenbar ein Profil hatte, das strömungsgünstiger ist, das weniger Turbulenzen macht, als sein Nachfolger. Und da hat aber vorher nie jemand darauf geachtet, also kein Reifeningenieur und hat sich darüber Gedanken gemacht. Naja, das haben jetzt so im Zuge der Verwissenschaftlichung der Fahrradtechnik, wo viele Firmen in den Windkanal gehen, haben das vielleicht auch andere mitbekommen, dass es solche und solche Reifen gibt und haben sich gedacht, naja, dann probieren wir halt mal einen wirklich aerodynamischen Vorderreifen zu machen und jetzt gibt es einen. Der ist tatsächlich im Einsatz in homöopathischen Dosen, muss man sagen, also nur ein Team fährt ihn komplett, nicht mal der Top-Favorit hat ihn, der Pogazza ist ja eigentlich auch Kontinentalfahrer, von dem kommt der Reifen, er fährt ihn nicht oder er hat ihn nicht bekommen. Mag auch irgendwie vielleicht eine Vertrags- oder Sponsorengeschichte sein, weil der in Zusammenarbeit mit der Firma Swissseid, ein Laufrathersteller und Aerodynamik-Experte, mit denen eine Kooperation ist ja entstanden und der Pogazza fährt Konkurrenzlaufräder, das kann damit zusammenhängen. Also flächendeckend ist er bei dem Team Decathlon AG-Desert, die die richtigen Laufräder und die richtigen Reifensponsoren haben und da kommt er zum Einsatz. Ja, bin unentschlossen. Also klar, gut, dass es sowas gibt, gut, dass es Leute gibt, die sowas weiterentwickeln und schön, wenn es ein Fahrrad schneller macht und keinen schlechten Nebeneffekt hat. Das wissen wir jetzt noch nicht. Also der hat schon auf der Schulter ziemlich tiefe Dellen, muss man sagen. Und ich weiß noch nicht, wie der sich in schnell gefahrenen Kurven mit großer Schräglage fährt. Das Ding ist ja jetzt auch erst ein paar Tage oder wenige Wochen alt. Ich hatte ihn noch nicht in der Hand, geschweige denn auf dem Fahrrad, muss ich ausprobieren, wenn er keine Nachteile hat, warum nicht? Also dass er schneller ist, ist erwiesen. Auch wir haben ihn schon im Windkanal gemessen, aber sonst noch keine Versuche damit gemacht, noch nicht ausprobiert, noch nicht gefahren. Und deswegen kann ich da noch keine abschließende Meinung dazu abgeben. Hast du eben gesagt, ihr habt den schon gemessen im Windkanal? Ja, die Gelegenheit hatten wir tatsächlich. Wir haben einen Prototypen bekommen, der von der Form her schon mal das so hatte, noch nicht die richtige Gummimischung und wohl auch noch nicht so richtig auf Sicherheit geprüft. Deswegen war er noch nicht fahrbar. Aber den Windkanalversuch haben wir gehabt und der Effekt ist da tatsächlich. Er ist nicht ganz so hoch, wie ihn der Hersteller verspricht, aber es gibt ihn. Kannst du den beziffern? Also einfach in, weiß ich nicht, eine Strecke X und dann wie viele Sekunden, Sekunden? Nee, habe ich nicht im Kopf. Also das ist halt für Hobbyfahrer unbedeutend. Das sind so, weiß ich nicht, zwei, drei Watt, das ist immerhin messbar. Also doch nichts für Christians Einkaufsrad mit dem 60-10er-Kreisblatt. Wenn er den Lenker schon hat, dann sollte er dazu... Genau, ich habe ja den Lenker schon, ich habe diese Schale und so, genau, da sind die zwei Watt, die könnten schon entscheidend sein. Ja, dann sollte er dazu... Gerade wenn mir jemand begegnet, den gleichen Leistungsniveau, dann können diese zwei, drei Watt am Ende schon auf dem Weg zum Supermarkt... Ja, also es sind so im einstelligen Wattbereich so ein bis drei Watt. Und also das Besondere bei dem Reifen ist ja, dass er halt bei Schräganströmung, wenn der Wind von der Seite kommt, dann wirkt das am besten. Und dann können auch mal so sieben, acht Watt drin sein, je nach Winkel. Also das habe ich so im Hinterkopf. Auf die Kommastelle weiß ich es nicht, aber das ist auch, glaube ich, ziemlich egal, weil es kommt ja dann immer auch auf das Setup an. Auf welchem Laufrad ist der aufgezogen? Wie ist er dann geformt und so? Da kann es dann immer wieder nochmal Abweichungen geben. Ja, aber dass es einen Effekt gibt und einen, der messbar ist, das ist ja schon mal spannend. Und der liegt ja schon in einem Bereich, der sich jetzt zum Beispiel zwischen einem mittelhohen Berglaufrad und einem sehr hohen Zeitfahrrad, zwei Zeitfahrlaufrad bewegt. Ja, und zwischen den Laufrädern gibt es einen massiven Gewichtsunterschied, bei den Reifen nicht. Also wenn ich mir den gleichen Vorteil mit einem Reifen holen kann, dann ist das natürlich super. Und dafür ein weniger Seitenwind, dann fälliges Laufrad. Und schon ist der Vorteil da. Jetzt haben wir ganz am Anfang dieser Aufzeichnung auch schon gesagt, dass wir dich jetzt erreichen am Mittwochabend. Wir können auch das Datum sagen. Heute ist sozusagen der 10. Juli. Und wir fragen uns natürlich trotzdem, du hast es beim Zeitfahren, finde ich, ganz gut beschrieben, wie du da die ganze Zeit unterwegs warst und dir die Räder angeguckt hast und so. Aber wie sieht so ein Tourtag für dich aus? Also gehst du da morgens erstmal ins Tour-Village und isst die Lust? Ist es ein Würstchen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das machen wir tatsächlich. Also wir versuchen schon irgendwie relativ früh da zu sein. Das aber nicht, weil wir unbedingt ins Village wollen, sondern weil wir einfach einen guten Parkplatz brauchen und nicht im Stau stehen wollen und dann vielleicht den Start verpassen. Das ist schon gut, wenn man zeitig da ist. Das kann manchmal hart werden. Wir sind heute um sechs aufgestanden, um sieben losgefahren, weil die sehr lange Etappe heute zeitig losging und wir zwischen Ziel von gestern und Start von heute Morgen doch noch einen längeren Transfer hatten, sodass es heute echt zeitig war. Und ja, dann guckt man auch ein bisschen so, was das für eine Stadt ist, saugt die Stimmung so ein bisschen auf. Das will man, unsere Leser wollen mir das ja auch ein bisschen wissen lassen, wo startet die Tour da eigentlich? Fangen da so ein paar Impressionen ein? Und dann haben wir schon auch die Zeit, noch ein bisschen ins Village zu gehen. Das bringt aber auch manchmal ganz, ganz spannende Geschichten. Also da lässt sich schon immer mal irgendwie eine prominente Nase blicken oder so. Oder es präsentiert sich irgendwie jemand, der irgendwas mit Fahrrädern zu tun hat aus der Region. Und auch da kann man ganz nette Geschichten sammeln. Dann dauert es gar nicht mehr lang. Dann fährt die Karawane durch die Strecke und dann kommen die Teams und dann geht die richtige Arbeit los. Ja, dann wird der Fotoapparat gezückt, dann wird alles abgegangen. Überall gescannt, ist irgendwas Neues verbaut, ist irgendwas Abweichendes verbaut? Was wird überhaupt gefahren? Hat irgendjemand eine Sonderlackierung, das Rad gewechselt? Gibt es ein neues Produkt? Ja, gleichzeitig machen wir Termine aus mit den Teams, wo wir uns gerne abends nochmal im Hotel treffen möchten. Weil man oft dort die Räder besser und schöner fotografieren kann und man etwas mehr Ruhe hat. Was wir dieses Jahr gemacht haben, wir haben... Gibt es eigentlich guten Kaffee im Village? Nein, gibt es nicht. Ich verrate jetzt nicht, wer der Hauptsponsor ist oder der Kaffeesponsor ist, der Partner. Es gibt dann halt auch nur diesen aus so Schnellmaschinen mit so Pads und Rücken und so. Das war schon mal besser, ist aber auch schon zehn Jahre her. Seitdem gibt es einen Kaffeesponsor und dann gibt es halt auch nur diesen. Nee, es gibt keinen guten Kaffee. Es gibt manchmal gutes Essen. Es kommt auf die Region an. Das Essen wird immer so von der Region präsentiert. Und es geht halt aber von irgendwie super leckeren Tartgeschichten. Es kann aber auch Blutwurst geben. Also heute gab es Blutwurst. Das ist dann nicht meins. Aber da muss ich trotzdem auch nochmal nachhaken, auch wenn es jetzt natürlich die Gefahr gibt, dass wir ein bisschen abdriften, während Gerolf sich noch über die Blutwurst freut. Ich habe ja mal so für niederländische Zeitungen so die Frühjahrsklassiker begleitet. Und da war es tatsächlich so, morgens im Village und dann zu den Fahrern und auch schon mal gleich sprechen, wen kann man dann danach nach dem Rennen und so. Und dann ist man aber mittags als niederländischer oder belgischer Reporter oder Reporterin erstmal schön essen gegangen. Ist das bei euch auch so? Nee, nee. Das ist bei uns nicht so. Also wir versuchen uns schon irgendwie morgens mit Müsli so die Energie für den wichtigsten Teil des Tages zu holen. Vielleicht gibt es im Village noch ein bisschen was. Dort kann man nochmal ein bisschen Kraft tanken. Dort gibt es die aktuelle Equipe, die finde ich immer ganz wichtig. Die Tageszeitung, die Sporttageszeitung. Und noch einen Kaffee trinken. Und dann ist aber eigentlich erstmal vorbei mit Essen. Weil wenn wir dann, dann haben wir so eine Stunde, anderthalb Stunden ungefähr, haben wir Zeit durch die Startaufstellung zu gehen und die ganzen Räder dort abzuarbeiten und die Gespräche zu führen. Und das ist nicht viel Zeit für 21 Teams. Da darf man sich nicht lange aufhalten. Und sobald der Start erfolgt ist und die Fahrer über die Startlinie rollen, rennen wir eigentlich zum Auto und machen sofort los. Es kommt ein bisschen auf die Etappe an, aber die meisten Etappen, die jetzt in der ersten Hälfte der Tour waren, die hatten streng eine Himmelsrichtung, ohne große Schlenker zu machen. Und das bedeutet, dass man mit dem Auto auch relativ weit fahren muss, um ans Ziel zu kommen. Und deswegen müssen wir da irgendwie auch so schnell wie möglich wegfahren und auch schnurstracks ins Ziel. Im Pressezentrum gibt es dann im Ziel noch eine Verpflegung. Das sind oft einfache Sachen, irgendwie so ein bisschen Baguettwurst und Käse und Apfel dazu. Aber das muss reichen. Also wenn wir uns da jetzt irgendwie unterwegs noch hinsetzen würden und eine Stunde in einem Restaurant sitzen würden, dann würde was ganz Fatales passieren. Nämlich, dass die Karawane vor uns über die Ziellinie fährt. Und die Zugänge für den ganzen Tour de France-Trost in diese Zielorte laufen oft über die Strecke, über die letzten Kilometer. Und nach der Karawane darf man da nicht mehr drauf. Dann ist da dicht, dann ist Sicherheit angesagt, dann fahren da nur noch Polizisten, Motorräder, irgendwie so eine Handvoll ganz wichtige Journalisten vom französischen Fernsehen und sowas. Die dürfen da noch drauf, aber wir nicht mehr. Und deswegen müssen wir eigentlich relativ zeitig dort sein, dass wir dort auch noch ein bisschen was einfangen können. Deswegen gehen wir nicht essen. Ich habe eine Vermutung, warum das in Belgien und Niederlanden funktioniert. Da ist es ja oft so, dass das so Rundkurse sind oder dass man nicht allzu weit, dass sie wieder zurückkommen irgendwie oder so. Und dann kann man natürlich relativ leicht, wenn es nur 30 Kilometer sind oder so, dann schafft man das. Ja, es gibt auch solche Tour de France-Etappen. Und Paris-Roubaix ist auch so, das geht halt so wahnsinnig im Zickzack. Ja, immer irgendwie links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und da legen die Rennfahrer irgendwie die doppelte Strecke zurück, als man mit dem Auto drumherum fährt. Und das ist aber jetzt zumindest bei diesen letzten Etappen bei der Tour de France, mit der Ausnahme dieser Gravel-Etappe in Troyes und dem Zeitfahren, ist es aber schon so, dass man sich immer ein bisschen sputen musste, damit man rechtzeitig da ist. Man muss auch immer mit ein bisschen Stau rechnen. Das gehört dazu. Ja, und dann sind wir am Ziel. Dann haben wir meistens noch, weiß ich nicht, eine halbe bis eine Stunde, die wir im Pressezentrum noch Fernsehen gucken können. Und dann endlich mal ein bisschen was von dieser Etappe zu sehen. Zwischendrin auf der Fahrt gibt es eigentlich nur so ein paar Live-Ticker-Informationen. Da kann man noch ein bisschen Fernsehen, uns mal den sportlichen Verlauf anschauen und dann, ja, von dort aus einfach noch ein bisschen arbeiten. Da kann man den Rechner mal aufklappen und ein bisschen was absetzen. Und ja, sobald die im Ziel sind, wir versuchen dann schon, das mitzunehmen. Also die Pressezentren sind in der Regel sehr nah an der Ziellinie, dass wir den Zieleinlauf live schauen können, dass wir das sehen können. Weil wenn man schon mal dort ist, warum sollte ich das dann im Fernsehen gucken? Und dort auch noch die ein oder andere Stimme einzufangen. Technisch gibt es dann da nicht mehr viel zu holen, das ist ja dann klar, das haben wir alles schon am Start gesehen. Aber den ein oder anderen Fahrer, einen deutschen Fahrer oder so, kann man vielleicht dort nochmal abfangen und irgendwie eine Stimme einholen. Naja, und dann... Geht es zu den Hotels? Ja, wenn es klappt, irgendwie noch ein Termin in einem Teamhotel. Das ist aber knapp, weil es ist ja, also wenn die ins Ziel laufen, ist es so um fünf, halb sechs. Bevor wir von den Parkplätzen runterkommen, ist es halb sieben. Wenn man dann in einem Hotel sind, ist es um sieben. Da sind die schon mitten in ihrer Arbeit. Besser ist, man macht einen Termin, dass die wissen, dass wir kommen. Sonst wollen die eigentlich relativ schnell fertig werden. Aber dann, ja, dann dauert so ein Arbeitstag bis halb neun oder so und dann auf dem Campingplatz, den man irgendwann im Laufe des Tages sich vorher gesucht hat. Das kann auch viel Telefoniererei sein. Eine Nachfrage noch zu den Hotels. Was macht ihr da? Hauptsächlich fotografieren. Also es ist einfach so, dass die Räder am Start, es ist oft eng, es ist sehr, sehr voll, viel Trubel, es läuft immer irgendeiner durchs Bild und es ist oft oder in der Regel relativ hartes Licht. Es ist gerade Mittagszeit und das sieht nicht besonders schön aus. Und in den Hotels hat man eigentlich optimale Bedingungen. Man hat oft sehr große Parkplätze, wo man viel Platz hat, wo man so ein Rad irgendwie schön hinstellen kann. Es gibt Abendlicht, was super ist und was einfach viel, viel, viel besser aussieht. Und man hat Zeit und Ruhe. Ja, es ist nicht, sind nicht irgendwie, also natürlich sind Fans super, aber wenn man sowas machen will, so arbeiten will, dann stören sie halt dann oft. Die Mechaniker und die Arbeiter, die sind halt auch viel weniger aufgeregt. Also wenn man so ein Rad vorne Etappe anfasst, da gucken sie schon sehr genau hin und manche mögen das eben nicht so gerne. Es könnte ja doch mal umfallen und irgendwas passieren, weiß ich nicht. Und schuld ist dann immer der Mechaniker, klar. Und abends im Teamhotel haben sie dann die Ruhe, das könnten sie dann zur Not noch was richten, wenn irgendwas wäre. Und deswegen sind das schon wichtige Termine, ja. Ganz schön praller Tag. Ihr seid zu zweit da. Ihr habt euch auch abgewechselt mit einem anderen Team zu Beginn. Also auch ganz schöner Aufwand deines Arbeitgebers. Nun werden viele Leute die Tour vor allen Dingen als gedrucktes Heft kennen, aber ihr werdet ja jetzt nicht dort wochenlang mitfahren. Dann zu zweit und den ganzen Tag Fotos machen und abends Sonne und hast du nicht gesehen. Also alles, was du jetzt beschrieben hast, um dann irgendwie im nächsten Heft mal ein paar Spezialseiten zu haben. Also wofür macht ihr das und wo kann man das denn alles so nachverfolgen? Ja, also wir sammeln im Grunde alles, was uns hier so begegnet. Man kann das sehen auf www.tourmagazin.de. Da gibt es neben dem Live-Ticker, der die sportliche Seite des Rennens beschreibt, auch einen Live-Blog. Das ist das, was wir hier machen. Und was wir im Grunde machen ist, wir suchen Geschichten. Wir suchen kleine Geschichten, wir suchen große Geschichten. Wir berichten alles, was hier innen drin und drumherum so passiert, was vielleicht nicht im Fernsehen kommt oder was wahrscheinlich nicht im Fernsehen kommt, weil es viel zu wenig auffällig ist, aber dann doch irgendwie interessant. Und das war jetzt, jetzt ist die Hälfte rum, in der ersten Hälfte sehr techniklastig. Wir haben uns viel um die Technik gekümmert. Dazwischen immer wieder so ein bisschen Boulevardzeugt, irgendwie kleine Anekdoten, die die Tour so schreibt und erzählt. Und wird jetzt gegen Ende eher auch sportliche Aspekte haben. Kurzinterviews mit Fahrern, mit sportlichen Leitern, Mechanikern, mit Betreuern und ja, alles, was wir hier so einfangen. Das ist schon interessant, weil wenn man drin ist, sieht man halt viele Sachen. Die Tour schreibt so viele Geschichten, dass sie im Fernsehen gar nicht alle erzählt werden können. Und das, was untergeht, versuchen wir hier einzufangen und weiterzutragen. Klingt wirklich sehr, sehr interessant. Gibt es denn, und das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz fiese Frage, ich weiß, so eine Lieblingsgeschichte bisher für dich am Rande aus diesem Jahr? Oder eine, die hängen geblieben ist, an die du dich jetzt in dieser Situation erinnerst, wo ich dich so doof frage? Das ist wirklich eine fiese Frage, aber es ist schon eine hängen geblieben, so ein bisschen. Ich finde es spannend, dass hier so die Tour, also jeder, der das so ein bisschen kennt oder so ein bisschen weiß, wie das funktioniert, der weiß, dass hier gefühlt zehnmal so viele Autos mitfahren wie Fahrradfahrer. Und es ist ein unfassbarer logistischer Aufwand und eine unfassbare Umweltbeschädigung, muss man sagen. Also es ist krass, was hier an Diesel verbrannt wird, in etlichen LKWs, Autos, weiß ich nicht. Und ganz spannend, und was mal bei mir so hängen geblieben ist, ist, dass es so die ersten zackhaften Versuche gibt, hier so Elektroautos einzusetzen. Und witzig ist halt, dass die Teams da, oder dass manche Teams da Vorreiter sind. Und die Tour de France, die sich ja auch die Nachhaltigkeit irgendwie groß auf die Fahnen schreibt und da ganz viele Zahlen veröffentlicht und irgendwie das so vor sich her trägt, die haben auch ein Elektroauto und der Christian Prudhomme fährt auch Elektroauto, aber nicht oft, muss man sagen. Also irgendwie dann doch wirklich nur auf den einfachen Etappen, die nicht zu lang und nicht zu viel Berge haben und wo es ja nicht schief gehen kann. Und so bei so Etappen wie heute, mit 211 Kilometern und 4.000 Höhenmeter, sitzt da dann doch wieder in den Diesel superb. Aber dann wird es halt nicht öffentlich gemacht. Das Elektroauto steht irgendwie immer so im Vordergrund, aber die Wahrheit sieht das anders aus. Aber die Teams zeigen halt, also es gibt drei Teams, die hier in den Rennen ausschließlich Elektroautos einsetzen. Die können natürlich nicht nur elektrisch fahren, der Bus und die Mechaniker-LKWs und die VW-Busse und alles, was für den Transport zuständig ist. Da wird trotzdem ein Haufen Diesel verbrannt, aber immerhin zeigen sie, dass es geht. Ja, das finde ich schon ganz interessant, ja. Ja, und wenn ich an die Tour de France denke und an meine Begegnung tatsächlich mit diesem Koloss, dann denke ich auch immer an die Werbekarawane und die vielen Plastikteile, die da rausgeworfen werden auf die Straße und so. Also das ist jetzt auch nicht besonders nachhaltig. Nee, das ist, wobei auch da hat sich ein bisschen was verändert. Also es ist nicht mehr so viel Plastik, habe ich die Beobachtung gemacht. Es gibt Schlüsselanhänger aus Aluminium, es gibt Dinge, die man gleich aufessen kann. Na gut, wir werfen stattdessen Medaillen in die Landschaft. Sehr gut. Na gut, das meiste wird ja wirklich aufgehoben. Ja genau, die gucken halt schon, wo sie es hinwerfen. Da bleibt eigentlich nichts auf der Strecke liegen, es wird alles eingesammelt und das ist eigentlich schon so ganz okay. Mir fällt aber noch eine Geschichte ein, die wirklich hängen geblieben ist, die jetzt aber auch wirklich im Fernsehen breitgetreten worden ist. Aber der Marc Cavendish hat natürlich eine historische Geschichte geschrieben mit seinem 35. Etappensieg und dass es auch so früh passiert ist. Und das Lustige ist, das merkt man halt irgendwie jeden Tag so. Dieses Team, dieses Astana-Team, die haben ihr Ziel der Tour erreicht irgendwie in der ersten Woche. Die fahren halt nur noch mit. Der Cavendish, der grinst den ganzen Tag irgendwie und dem kann irgendwie überhaupt nichts mehr anhaben. Die haben null Anspannung mehr. Die sind glaube ich hier nur noch am Feiern. Und das sieht man irgendwie jeden Tag aufs Neue und kriegt man irgendwie jeden Tag mit. Ich glaube, die haben keine sportlichen Ziele mehr. Die feiern hier nur noch die Tour ab. Und das halt, da das so früh war, fast drei Wochen lang, das ist echt witzig anzugucken. Sie haben sich jetzt Jubiläumsflaschen schicken lassen von Elite, so Trinkflaschen, wo eine große 35 drauf ist. Ja, wenn sie es dürften, würden sie wahrscheinlich den ganzen Tag mit einem Champagnerglas in der Hand rumfahren. Das ist schon... Ja, das dürfen sie ja dann am letzten Sonntag. Genau. Also im wahrsten Sinne des Wortes eine Abschiedstour. Genau, genau. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die an dem Tag natürlich die Medien bestimmt hat. Aber das wirkt hier nach. Das bleibt hängen, auf jeden Fall. Apropos Abschiedstour. Wann machst denn du deine Abschiedstour bei der Tour dieses Jahr? Also bist du bis zum Ende dabei oder wirst du nochmal abgelöst? Nee, ich werde nochmal abgelöst. Ich bin nicht bis zum Ende dabei. Einen Großteil, insgesamt zwei Wochen. Und werde am ersten Ruhetag die Heimreise, Entschuldigung, am zweiten Ruhetag natürlich, werde ich die Heimreise antreten. Und dann wird mein Kurierlege Julian Schulz nochmal kommen, der den Grand Depart in Italien mit beobachtet hat und wird bis ins Ziel nach Nizza mitfahren. Ja, ich bin nicht ganz böse drüber, weil es nicht nach Paris geht. Wenn es nach Paris gegangen wäre, würde ich mich ärgern, weil da will man doch schon irgendwie immer mal hin. Und wahrscheinlich wird es am Tag der Abreise dann doch so sein, dass ich gerne noch geblieben wäre. Aber andererseits wartet auch die Familie und die möchte ich auch gern wiedersehen. Überfällt dich da wirklich, also das klingt jetzt nach Erfahrungswert, dass sich da so eine kleine Melancholie überfällt, wenn du die Tour verlassen musst? Ich würde sie gerne, nee, sie ist nicht klein. Das ist natürlich riesig. Also das ist schon ein krasses Gefühl. Also man ist halt in so einem Tunnel drin, aus dem man eigentlich nicht mehr raus möchte. Ja, also man ist so in so einer totalen Parallelwelt. Das ist natürlich total anstrengend, klar. Und es ist so Frankreich im Schnelldurchlauf, irgendwie jeden Tag woanders. Aber das ist dermaßen spannend, weil man so, das ist ja so ein täglich größtes Murmeltierablauf. Es sind immer die gleichen Zeiten, es passiert immer das Gleiche. Es sind überall die gleichen Aufbauten, die gleichen Schilder, die gleichen Menschen, die gleiche Musik, die gleichen Werbegeschenke. Es sieht eigentlich überall gleich aus, aber es findet jeden Tag an einem anderen Ort statt, die sich halt auch völlig unterscheiden. Du bist den einen Tag in der Großstadt in irgendeiner Tiefebene und am nächsten Tag auf irgendeinem Hochgebirgspass oder so. Und dann in irgendeinem Minidorf in so einer hügelischen Landschaft. Und so zieht es halt hier so durchs Land. Und dadurch wird das auch nie langweilig. Und das sportliche Geschehen macht es ja auch nicht, dass es irgendwie langweilig wird. Und ja, irgendwie ist man, wenn man dann so eine Weile dabei ist, so, ich sag mal so ab dem fünften, sechsten Tag, so, hat man so ein Zugehörigkeitsgefühl. Ja, dann ist man so Einwohner dieser Stadt. Man kennt viele Leute, man begrüßt sich, sagt guten Tag und dann, ja, möchte man da eigentlich nicht mehr ausziehen. Aber ja, wie gesagt, irgendwann muss ja das normale Leben auch wieder weitergehen. Jens, welches war deine erste Tour? Meine erste Tour, meine erste Tour de France war 2008. Damals noch nicht lang, ich glaube nur fünf oder sechs Tage am Anfang. Und das war natürlich total aufregend, aber schon damals hat mich sofort das Fieber gepackt. Und ich habe mich jedes Jahr beworben, wieder hinzufahren. Es hat auch fast jedes Jahr geklappt, außer in dem Corona-Jahr, wo es aber auch wirklich nicht viel Sinn gemacht hat. Das ist ein Kompliment, glaube ich. Zum einen für die Tour, dass sie das schafft, dich auch nach 16 Jahren so in ihren Bann zu ziehen, dass du tatsächlich sagst, es wird nie langweilig. Also wirklich nie, nie, nie. Und es ist bestimmt auch irgendwie ein Kompliment für dich, weil du bist ja motiviert bis in die Haarspitzen, wie du dazu erzählst. In einem Tunnel, den du nicht verlassen möchtest. Und nur deine Familie schafft es, dich da rauszuziehen. Klingt super. Wir wünschen dir, dass es dir weiter Spaß macht und dass es morgen keine Blutwurst gibt. Ja, das würde mich auch freuen. Dankeschön. Ich habe auch noch eine kleine gute Nachricht für dich. Ich war schon auf der Champs-Élysées dieses Jahr für dich und habe geguckt, da ist alles noch so wie früher. Musst dir keine Sorgen machen. Okay, na gut. Haben sie keine Schilder aufgebaut. Und siehst du dann sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr. Mach's gut, viel Spaß noch und vielen Dank, dass du uns hier so ausführlich mitgenommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank für euren Anruf. Bis zum nächsten Mal. Die Verwissenschaftlichung des Radsports, hat Jens gesagt. Ist auch nicht der Erste, aber er hatte recht. Echt? Habe ich so in der Form noch nicht gehört. Doch, doch, doch. Ja, aber ich kann ja meine Ohren auch nicht überall haben. Nee, das stimmt. Aber das ist tatsächlich was, was ich häufiger schon, auch in den letzten Jahren, aber es ist ja auch so. Also das fing, glaube ich, so ein bisschen an mit Ineos und so oder damals noch dem Vorgängerteam. Also er ist... Als Fakt, ja, auf jeden Fall. Aber diese Formulierung... Ist eine schöne Beschreibung, ja, ja. Genau. Und ja, ich fand es ein sehr reichhaltiges Gespräch. Okay, ja. Ja. Da war viel dabei. Und ich muss sagen, er hat auch mir wieder so ein bisschen, so einen kleinen Sehnsucht nach... Großen Fahrradrennen ausgelöst. Also ich war ja jetzt... Mein letztes großes Fahrradrennen war ja die Weltmeisterschaft im Cross in Tabor. Und da habe ich so ein bisschen zurückgedacht, wie das da so war. Im Pressezelt und dann rausrennen und gucken und dann wieder zurück. Und da hat man natürlich eine kürzere Anreise, weil die im Kreis waren. Das ist natürlich in dem Fall ganz praktisch. Aber ja, ich habe wirklich nochmal so ein bisschen... Ich habe es ja am Rande angesprochen. Ich habe mal zwei Monate in den Niederlanden gearbeitet und dort für einen Sportteil und dann die Klassikersaison mitgenommen. Also die, ich sage mal, Klassiker bis zum Amstel Gold Race. Also die ganzen Flandern-Geschichten und so. Und das war schon irgendwie besonders. Und ich kann das total nachvollziehen. Also da war es dann immer so Mittwoch und Sonntag war immer, ist man immer hingefahren. Aber wenn es eine ganze Woche ist und dauerhaft und so, hat schon was. Und genau, die Städte putzen sich raus und es ist irgendwie auch spannend, dann mal in Maastricht zu stehen, mal in Brüssel, mal in Antwerpen und irgendwie so. Oder dann in dem Fall jetzt irgendwo im Nirgendwo in Frankreich oder eben gerade nicht im Nirgendwo. Also das ist schon spannend. Und ich kann mir, ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass man da so wie in so einen Flow kommt und irgendwie sagt, ah ja, heute, dann guckt man ins Roadbook, ah, heute sind für ein Trois oder so. Und heute müssen wir aber nicht so lange fahren, ist dann auch cool, dann freut man. Ich kann mir das, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, diese Leidenschaft von Jens. Ich prognostiziere hiermit sowas wie die Renaissance des Außenreporters, Christian Mollert. Ja, wenn er mehr Zeit hätte, dann würde das vielleicht. Ja, dann muss man die halt schaffen, dann muss man die halt irgendwie einrichten. Vielleicht wird sich das ergeben. Also nachdem ich schon Jens jetzt so, also mit einer an der Stelle für mich unverhofften, unerwarteten Liebeserklärung an die Tour de France eben erleben durfte, wurde das ja jetzt hier noch von dir hinterher geschoben. Du kannst da offensichtlich, da kannst du schon relaten, sozusagen. Ja, ich kann es auf jeden Fall verstehen und relaten, weil das irgendwie spannend ist. Also ich finde, er hat es sehr, sehr gut beschrieben mit diesem, eigentlich ist es jeden Tag das Gleiche, aber es ist halt nicht jeden Tag das Gleiche. Das ist irgendwie. Also so ein guter Mix, also dem Verlässlichen und dem Neuen und dann auch so ein Gefühl, da dazuzugehören und dann wahrscheinlich, wenn man das mal ausrechnet, wie viel das ist an Lebenszeit. Also wenn er jetzt hier, sagen wir mal, über einen Daumen gepeilt, also über einen Dutzend ist er auf jeden Fall drüber. Jedes Mal zwei Wochen, das ist schon relativ viel. Ihm mal Daumen, halbes Jahr. Ja. Halbes Jahr Tour de France. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. So, kann man irgendwann mal sagen, so, ich habe da bei dem Magazin eigentlich gearbeitet und so ein Dreivierteljahr, ein Dreivierteljahr davon war ich einfach, bin ich quer durch Frankreich gefahren. Der Kaffee war zwar nicht so gut, jedenfalls seitdem war dieser, ja genau. So, genau. Aber das ist doch, ist doch schön. Also es gibt Leute, die können langweiligeres nur erzählen. Aber um mal kurz zum Thema zu kommen, kannst du mit dem Technischen was anfangen? Also ist das da, oder gibt es da für dich was, wo du denkst so, hey hier, das finde ich, also kriegt dich das ähnlich? Nee, ehrlicherweise nicht. Also der aerodynamische Vorderreifen und so, da denke ich mir so, ja, mei, entwickelt es halt im Windkanal. Das, ja, das fasst mich nicht so an. Ich bin eher so tatsächlich der Reporter und die Atmosphäre und die Stadt und so, das finde ich irgendwie spannender. Und dann ehrlicherweise auch der Sport, also das ist wiederum, aber die technische Seite, nee, nicht so sehr, nicht so sehr. Ich finde es dann schon irgendwie spannend, wenn irgendwie ein Team irgendwie was mal anders macht und so und diese eierigen Kettendinger da und so vor ein paar Jahren. Ja, eben vor ein paar Jahren. Also solche Sachen, das finde ich dann schon interessant, so, wenn man die dann zum ersten Mal sieht und sich so fragt, was soll das? Ach so, okay, das hat den und den oder soll das und das und so. Also das finde ich schon irgendwie, aber eher aus so einem Skurrilitäten-Ding, würde ich sagen. Weniger, dass ich jetzt denke, ah ja, ich will meinen Fahrradcomputer jetzt auch aerodynamisch mit einem 3D-Drucker verbessern. Das ist ja sowieso noch ein anderes Thema, ob man das dann selber will. Aber so, weißt du, also ich versuche, also ich komme da nicht so tief rein. Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen anders, oder? Ja. Ich finde es total geil. Da kommt jetzt die Liebeserklärung, glaube ich. Ja, also dieser Gegenstand Rennrad ist halt einfach, der ist geil und der symbolisiert halt sowas. Also auch jetzt wieder, während des Gesprächs mit Jens, habe ich da durch den Blog durchgeguckt, den sie da schreiben nochmal. Da warst du auch ein bisschen abgelenkt. Und war mal kurz noch ein bisschen abgelenkt und blättere dann da durch. Und das ist halt einfach, du siehst da so ein Gerät stehen und du weißt, wie geil das wäre, das dort zu fahren. Und wir haben jetzt noch nicht über die Landschaft gesprochen, großartig und was da noch irgendwie alles dazugehört. Aber was für Maschinen. Also ohne, dass ich jetzt sagen kann, ich habe da jeweils irgendein absolutes Lieblingsding oder so, finde ich diese Technik daran, doch, die kriegt mich total. Aber ich kann auch das... Ich finde es total gut, dass wir da so unterschiedlich sind, weil mir ist das so wurscht. Aber finde ich witzig. Ja, aber Christian, wirklich so ein wohlproportioniertes Rennrad, da gehört auch schon wirklich was dazu, dass es so richtig aussieht. Da bin ich bei dir, ja. Dann hat das eine... Aber ob da jetzt noch diese Lenkerschale drauf ist und dann... Oh, die ist ja mal egal. Und so Zeitfahren ist ja eher so, dass ich denke, da muss man... Also Gottesanbeterin, bin ich der Einzige, der da dran denkt. Aber so ein Rad, das kann ich auch wirklich, das kann ich sehr lange anschauen. Und ich kann es am Ende nicht ganz auf den Punkt bringen, was mich daran so kriegt. Und deswegen schaue ich es dann noch länger an. Nee, da kann ich, glaube ich, eher auf den See schauen oder so. Also ich kann mir ein Fahrrad... Ich finde auch Fahrräder schön und kann mir das auch anschauen. Aber irgendwann denke ich so, ja, okay, es ist ein Fahrrad, aber... Ja, aber wir wissen ja, was damit möglich ist. Naja, so, wir wollen jetzt diese Diskussion, die müssen wir jetzt sicher nicht weiterführen. Let's agree to disagree. Ja, ach, disagree sogar. Nee, also unterschiedliche Perspektiven zu haben. Ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute da draußen sind, die das nachvollziehen können, was ich sage. Ja, definitiv. Aber es gibt sicher auch sehr viele Leute, die das nachvollziehen können, was ich sage. Na klar, und weißt du was? Ich gehöre sogar dazu. Jetzt wird es völlig verrückt. Aber ja. Ja, aber... Ja, ich kann bis zu einem gewissen Grad, um es noch komplizierter zu machen, auch dich verstehen. Aber das ist doch prima, weil es alles so drinsteckt, oder? Da muss ja einfach nur ein Anlass geschaffen werden, da müssen genügend Leute, genügend Technik für drei Wochen nach Frankreich gefahren werden, die müssen auch rumgekarrt werden. Mit Diesel-Tax. Damit dann so Leute, so spröde Charaktere wie du und Jens und ich, damit wir dann mal so ein bisschen auftauen und dann irgendwie so unsere... Emotionen. Unsere Emotionen hier, wo wir unter uns sind, dann endlich auch mal raus... Nein, Entschuldigung. So, jetzt aber. Eurobike war für mich auch emotional. Okay. Okay. Jetzt mal zu versuchen, hier umzubiegen. Ja, es ist einfach toll, da Leute zu treffen. Ich fand die Aufteilung gut. Ich fand das so, das hat mir Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht, mit dir da rum zu gehen und eben die ganzen Hallen, sich da so... die Synapsen zu verbrennen, weil einfach so viel war und die Füße haben mir getan und irgendwas und du triffst halt einen Haufen Leute und du triffst einen Haufen Geschichten und ich habe schon so mein kleines Notizbuch, was ich teilweise imaginär führe und teilweise aber auch... Ich wollte gerade sagen, ich habe es noch nie gesehen. Ja, es gibt ja verschiedene Ablagepunkte. Da habe ich schon den einen oder anderen Eintrag gemacht, so Geschichten sammeln oder so Anlässe, das könntest du mal und das könntest du mal machen. Und teilweise habe ich auch knallhart gesagt, so the time is now, jetzt. Und das ist mir so gegangen, als mir Jonas geschrieben hat, hier, ich bin gerade auf der Messe, wollen wir uns eigentlich sehen, ich bin da und da in dem und dem Raum. Da habe ich gesagt, ja, bin ich auch gerade, los, let's go. Und dann hat Jonas mir gesagt, ich bin so und so angereist und habe ich gesagt, wisst ihr was, ich gucke jetzt sofort, wann wir in diese Interviewbox können, weil... Das finde ich super spannend, weil es ist eine Geschichte von zwei Leuten, die zusammengekommen sind, aber die bringen jeder noch eine eigene Geschichte mit. Fand ich cool. Klingt nach einer Ausfahrt des Monats. Ist eine Ausfahrt des Monats. Den Antritt, den Fahrradpodcast-Antritt auf Detektor FM gibt es, um möglichst viele Fahrradgeschichten einzusammeln. Und es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, man weiß es vielleicht, wer die letzte Ausgabe gehört hat. Wir sind auf der Eurobike in Frankfurt und es ist ja auch sehr naheliegend, dass es auf der Eurobike Fahrradgeschichten gibt. Einmal im Monat sprechen wir mit meistens einer Person über ein Erlebnis auf dem Rad, mit dem Rad. Und diesmal ist es ein Fahrraderlebnis, was mit der Eurobike auch zusammenhängt und es hat aber nicht nur eine Person gehabt, sondern zwei. Man ahnt es schon, ein sehr schönes Thema ist damit verbunden. Ich sitze hier im Pressezentrum der Eurobike in einem kleinen Interviewraum mit Ines von der Radfahrschule Schulterblick und mit Jonas von einer Organisation, die heißt Crossover Tandem. Und ich möchte in diesem Gespräch erfahren, was es mit diesen beiden Dingen auf sich hat, aber auch möchte ich nochmal wissen, wie seid ihr hier beide zur Eurobike gekommen und hallo erstmal. Hallo, schön hier zu sein. Hallo, freue mich, dass ich auch dabei sein darf. Wie sind wir zur Eurobike gekommen? Also zusammengefasst auf einem Tandem, wie man sich vielleicht schon denken kann, auf einem Hase Pino. Ich glaube, das erste Modell, das es überhaupt gab. Also ich war auch sehr mutig, weil das war meine erste Tandemfahrt und wir sind gestartet in Mannheim. Mannheim haben wir uns deshalb ausgesucht, weil in Mannheim das Fahrrad erfunden worden ist. Und die Stadt Mannheim damals 200 Jahre Fahrrad 2017 gefeiert hatte. Damals konnte ich dabei sein mit anderen Freunden. Und dieses Fest war so ein Bombenerfolg, dass die Stadt gesagt hat, sie möchte das wieder feiern. Und diesmal hatten wir die Chance, dabei sein zu dürfen. Und dann sind wir von Mannheim gestartet über den Radschnellweg, das an den abgeschlossenen Teil, den es jetzt gibt, Richtung Virenheim und dann weiter Richtung Frankfurt. Jetzt müssen wir mehrere Sachen klären. Ihr seid in Mannheim gestartet, ihr habt in Mannheim jemanden überzeugt, dass ihr dort starten solltet. Hat in Mannheim etwa was stattgefunden? Das Monimbike hat stattgefunden, also ein Fahrradfestival. Und eben, ich bin von der Radfahrschule, man hört es vermutlich raus, ich bin Österreicherin, wir sind in der österreichischen Radfahrschule. Und ich habe den Jonas am Radgipfel kennengelernt dieses Jahr und der Jonas sagte, was Radfahrschule, das gibt es bei uns so nicht. Also das, was ihr da anbietet, gibt es in Deutschland nicht. Und ich sage, das kann nicht wahr sein. Dann muss ich nach Deutschland kommen und muss mal sehen, ob ich da Menschen finde, mit denen ich darüber reden kann. Das heißt vom Fahrradfestival Monimbike mit dem Tandem, mit einem bestimmten Tandem zur Eurobike, zur Fahrradmesse. Von der Stadt, in deren Umgebung das Fahrrad erfunden wurde, dahin, wo jetzt die Fahrradmesse ist, die sich ja auch sowas wie Zukunft des Fahrrades auf die Fahnen schreibt. Das ist doch eine wunderbare Verbindung. Und bevor wir zur Radfahrschule kommen, noch ganz kurz. Hase Pino wurde jetzt zweimal gesagt, es handelt sich ja auch um ein besonderes Tandem. Ja, es ist ein ganz besonderes Tandem und zwar, man kennt das vielleicht zur Tandem-Vorstellung, einer sitzt vorne, einer sitzt hinten und der hintere sieht nicht so richtig viel, wenn er nach vorne guckt. Er kann eigentlich nach oben, nach unten zur Seite gucken. Dieses Problem hat Hase gelöst mit dem Pino. Beim Pino ist es so, der vordere sitzt eigentlich über einem Liegerad, hat quasi die Füße nach vorne gestreckt, hat dort eigene Pedale, mit denen er nicht zwangsläufig treten muss, aber treten kann. Und der hintere ist der Steuermann, derjenige, der schaltet, derjenige, der bremst. Und ja, beide haben aber dadurch, dass der vordere sitzt, wie bei einem Liegerad, haben beide einen wunderbaren Ausblick und können beide in die Ferne, auf die Straße vor sich oder einfach nach oben in die Bäume schauen, je nachdem, wie man gerade möchte. Es war über Weiterteile wunderbar entspannt. Wir haben nicht gerade das neueste Rad, wie ich vielleicht schon erwähnt habe. Wir hatten einige Startschwierigkeiten. Es hat schon damit begonnen, dass wir die vordere Pedallänge nicht einstellen konnten und dann in Mannheim wunderbare Unterstützung noch bekommen haben. Danke, Wolfgang, wenn du zuhörst. Vielen Dank. Also er hat dann echt nach Ladenschluss noch zwei Stunden mit uns dieses Rad repariert und eingestellt, damit wir überhaupt losstarten konnten. Wir sind, glaube ich, um neun losgestartet, sind dann durch Wind und Wetter. Also ich bin froh, dass wir noch leben, weil das war schon sehr grenzwertig. Aber ihr habt auch noch jemanden kennengelernt, einen Wolfgang mit einem Fahrradladen in Mannheim. Die besten Probleme sind ja solche, die dann wieder irgendwie neue Bekanntschaften und aus dem Problem irgendwie was Schönes machen. Wenn ich Hase Pino höre, dann denke ich, weil es eben so ein besonderes Modell ist und dann wird das jetzt hier auch mal genannt in diesem Podcast. Ich denke immer, die Köpfe sind näher zusammen. Man kann sich wahrscheinlich noch besser als auf dem klassischen Tandem unterhalten, weil beim klassischen hat man immer so diese, weiß ich nicht, einen Meter zwischen den Köpfen und beide sprechen halt in eine Richtung und so seid ihr vielleicht besser zusammen. Es wird genickt, während ich das ausspreche und meine eigentliche Frage und wahrscheinlich stellt die euch, mir wird die immer gestellt, wenn ich vom Tandemfahren erzähle und wahrscheinlich wird sie euch auch immer gestellt und zwar, wer sitzt wo? Wir tauschen. Also das ist auch super, weil dann hat man einfach unterschiedliche Sitzpositionen und man tritt in unterschiedlichen Positionen, was dazu führt, dass wir im Grunde durchfahren können, weil der Vordere sich schon mehr entspannen kann, muss ja eben auch nicht immer mittreten und der Hintere schon mehr Stress hat, vor allem wenn es schwieriger wird mit Passagen, die vielleicht unebene Boden haben und so weiter und so fort. Aber prinzipiell haben wir immer durchgetauscht. Also wir sind da wirklich durch, ja, sehr unwidrige Gegenden gekommen und es macht Spaß in beiden Positionen, mir zumindest. Habt ihr das vorher mal zusammen geprobt oder seid ihr in Mannheim zusammen losgefahren? Also ich bin tatsächlich schon Pino gefahren vorher, allerdings mit einem anderen Modell und damals mit Kindern drauf. Da gibt es noch so eine Zwischenkurbel, die man dann für kleine, also so Grundschulalter Kinder drauf montieren kann und dann noch mit einem Kindersitz hinten und mit einer E-Unterstützung. Jetzt bei dem Pino ist es so, die hat gar keine Unterstützung, sondern die beiden Tandemfahrer unterstützen sich gegenseitig. Und das Ding habe ich gebraucht bekommen. Vielen Dank, Michael. Es hat alles funktioniert. Wir haben viel technische Unterstützung gebraucht, aber wir haben es tatsächlich bis Frankfurt, bis zur Messehalle geschafft, wo wir dann bei der Eurobike City Parade mitfahren wollten. Also das heißt zuerst am Samstag in Mannheim die große Parade, Mannheim Bike, dann am Sonntag die City Parade in Frankfurt. Da ist uns dann noch ein Missgeschick passiert. Wir haben ein Batschen gekriegt, wie man so schön sagt. In Österreich habe ich gelernt, also in Platten. Und sind dann die City Parade auf einem komplett luftigeren Reifen, also auf der Felge sind wir gefahren am Ende, die 10 Kilometer Frankfurt City Parade. Also Jonas ist quasi Ski gefahren mit mir vorne drauf. Es war sehr amüsant. Wir wollten die Parade nicht vermissen und nicht missen. Und dann hat der Jonas gesagt, ach, lass mal auf der Felge fahren jetzt. Und deswegen sitzt ihr auch jetzt hier bei mir. Wir haben uns vorhin zufällig getroffen. Jonas hat mir so ein paar, so ein bisschen umrissen, wie ihr hier angereist seid. Und da steckt so viel drin in dieser Geschichte. Mannheim Fahrradfest, Radschnellweg, ein Batschen bei der Eurobike City Parade, wenn ich das richtig erinnere. Und jetzt haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, was ihr eigentlich macht. Radfahrschule Schulterblick. Und Ines, du hast gesagt, du bist hier, weil es sowas in Deutschland nicht gibt. Genau, zumindest ist meine Info, dass das, was wir anbieten mit unserer Radfahrschule in Deutschland in dieser Form noch nicht existiert. Weil wir eben nicht nur das machen, was die Polizei auch macht. Da gibt es ja schon Verkehrsschulungen. Aber wir haben ein viel größeres Programm. Bei uns geht es insbesondere um das Miteinander im Verkehr, dass die Kinder auch wirklich lernen, wie sie sich sicher im Verkehr bewegen und wie sie wirklich alle Verkehrsteilnehmenden auch mit einbeziehen können. Wie kommuniziere ich richtig? Wie kann ich sicher sein, dass ich gesehen wurde? Wie kann ich mich bedanken? Wir fahren natürlich auch alle Regeln, alle Verkehrsschilder und wir fahren in den Verkehrsraum mit ihnen, was sehr viele Radfahrschulen, die es auch in anderen Ländern gibt, in dieser Form nicht machen. Dem entnehme ich, ihr kümmert euch also als Radfahrschule um Kinder. Oder was mir noch einfällt in dem Zusammenhang, wir hatten auch mal vor einer Weile mit jemandem gesprochen, da gab es eine Radfahrschule für Migrantinnen. Das sind eigentlich so die beiden Sachen. Und dann kenne ich noch Radfahrschule für ältere Menschen mit E-Bikes. Das sind eigentlich die drei Kontexte, wenn ich mal die Sportsachen rauslasse. Kümmert ihr euch vor allem um die Kinder oder kümmert ihr euch um alle diese genannten Gruppen oder vielleicht noch andere? Wir decken prinzipiell alle Zielgruppen ab, also vom Laufradkind bis zum Pensionisten bis zur Pensionistin. Primäre Zielgruppen sind aktuell Schulklassen, weil bei uns das auch finanziert wird vom Land. Das heißt, es ist für Schulkinder gratis, kann innerhalb der Unterrichtszeit absolviert werden. Das heißt, wir übernehmen sozusagen den Unterricht für diese Zeit. Die Lehrer und Lehrerinnen können sich entspannen, deswegen wird es auch sehr gern angenommen. Das heißt, unsere primäre Zielgruppe ist zwischen neun und zwölf. Und wenn du sagst, vom Land wird es finanziert? Ist das das Land Österreich oder ist Österreich im Bundesländer? Ihr habt auch Bundesländer, ne? Also es gibt unterschiedliche Fördertöpfchen, das wird jetzt zu weit führen. Das Wichtige ist, es ist gratis für die Kinder und für die Eltern. Und wir haben natürlich auch andere Kurse für ältere Menschen, für Lastenräder, also wir haben auch Lastenradkurse. Für E-Bikes wird natürlich immer beliebter. Für Eltern-Kind-Kurse, also wirklich, dass die Eltern wissen, wie kann ich mit meinem Kind sicher im Verkehr unterwegs sein, wie kann ich den Schulweg richtig einüben. Auch Firmen beauftragen uns immer mehr, ihre Fahrer und Fahrerinnen für Lieferfahrten auszubilden. Also all diese Dinge decken wir ab, aber natürlich primär schauen wir, dass wir in die Schulen hineinkommen und dort helfen, wirklich den Kindern ein sicheres Radfahren beizubringen. Da ist mein Bild, was neulich nochmal aufgefrischt wurde, weil ich bin neulich an einer Grundschule vorbeigefahren. Ende des Schuljahres, das heißt, wenn die Zeugnisse rausgegeben sind, wenn man so überlegt, so was machen wir jetzt noch in der letzten Woche? So wirkt es auf mich, will das jetzt niemandem unterstellen, aber es war halt so kurz vor den Ferien und dann ist das zumindest in Deutschland so oder in Leipzig war das in dem Fall. Dann steht ein Polizeifahrzeug davor und da sind Beamte, Beamtinnen in Uniform und die zeigen dann, was da so drin los ist und dann ist, also in dem Fahrzeug und dann ist auch so ein kleiner Verkehrsgarten aufgebaut, so mit so Elementen und dann macht man so Prüfungen und dann gibt es diesen Fahrradführerschein, heißt es glaube ich manchmal und ich weiß, dass es immer mal wieder so Diskussionen gibt an Grundschulen, so das Kind darf erst mit dem Fahrrad in die Schule kommen, wenn es diesen Fahrradführerschein gemacht hat, das ist mein Wissensstand und jetzt hast du vorhin gesagt, ihr macht ein paar Sachen anders und ihr geht mit den Kids in den Verkehrsraum. Warum? Wie sieht so ein Kurs aus? Wenn ich jetzt sage, ich bin in Österreich, ich habe zwar ein Batschen, Entschuldigung. Ja, mit Batschen kann man keinen Kurs machen, da lernen wir dann Batschen flicken. Genau, ich flicke jetzt erst mit meinem Kind den Batschen und dann buche ich das für die Schulklasse oder wie auch immer. Wie macht ihr es dann? Wie lang geht das? Was ist Inhalt des Kurses? Also wenn es jetzt ein klassischer Schulklassenkurs ist, dann sind es vier Stunden, wird in drei Teile gegliedert, wir gliedern auch die Klasse dann in Kleinstgruppen, das heißt sie lernen dann wirklich sehr, sehr super, weil sie einfach nicht in so einer Riesengruppe sind. Es gibt einen Theorie-Teil, das heißt sie lernen mal die Regeln eben, sie lernen Schilder, wir reden darüber, warum Radfahren wichtig ist, ist die Hintergründe des Radfahrens, was sich ändert, wenn mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, damit sie auch so ein bisschen den Zusammenhang verstehen lernen. Dann gehen wir in den Schonraum, das heißt wir üben Radfahrkompetenz in einem verkehrsberückten Raum, wo kein motorisierter Verkehr ist. Raum heißt wirklich Raum in der Sporthalle oder ist das so quasi der Parkplatz vor der Schule oder so irgendwas Abgesperrtes? Es gibt Verkehrsübungsräume bei uns im Sinne von, das sind große Flächen, wo man bestimmte Kreuzungssituationen, Kreisverkehre, Stopptafeln, Voreingebendafeln, also wir haben das alles mit, wir stellen das alles zur Verfügung, das heißt sie können wirklich Realsituationen zuerst einmal in einem geschonten Raum üben und wirklich auch so Dinge wie richtiges Bremsen, richtiges Stehenbleiben, was mache ich, wenn ich beim Stoppschild stehenbleiben muss und ich sehe rechts noch gar nicht vorbei, wie handle ich mich vor und wenn das dann klappt, dann fahren wir mit ihnen in kleinen Gruppen in den Verkehrsraum und dort sind wir dann meistens fast eine Stunde unterwegs, machen kleine Stopps zwischendurch und besprechen die Situation vor Ort und so lernen sie dann wirklich, haben sie so ein Gesamtpaket, wo sie meistens mit sehr vielen positiven Erlebnissen auch dann aus dem Ganzen rausgehen. Bist du im Vorhinein solcher Kurse auch ab und zu mal mit Skepsis oder großer Vorsicht konfrontiert, dass auch Leute sagen, ihr geht in den wirklichen Verkehrsraum, wie du sagst und wie fängst du das ein, was ist deine Erfahrung damit, kann man das einfangen und ist es richtig, das einzufangen? Es ist natürlich richtig, das einzufangen, sonst müssten wir ja unseren Job gar nicht machen. Natürlich ist klar bei unserer Infrastruktur, auch wir haben noch nicht die perfekte Infrastruktur, es ist klar, dass da immer wieder Sorge ist. Wir haben aber wirklich Kleinstgruppen, das heißt es fährt vorne eine Trainerin weg und dann sind es drei bis vier Kinder und dahinter ist ein Schlusslicht. Das heißt es sind so kleine Gruppen. Das Schlusslicht ist dann ein Mensch von euch? Das ist meistens ein Mensch von uns oder eben eine Lehrerin, ein Lehrer, die eingewiesen werden. Aber es ist dann wirklich so, dass es so kleine Gruppen sind und wir die Routen vorab natürlich abgefahren sind, genau wissen, wo wir fahren, wo wir stehen bleiben. Das heißt, es ist noch nie irgendetwas passiert und die Radfahrschule gibt es jetzt seit, ich glaube, zwölf Jahren. Robert, bitte kill mich nicht, ich weiß es nicht genau. Jetzt will ich nicht nur über diese Skepsis sprechen, die ja auch, ich finde die auch nachvollziehbar an vielen Stellen, kann verstehen, dass sie da ist, also nicht, dass man das missversteht. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich das höre, dass da auch sehr viele positive Emotionen rüberkommt. Nun ist das Radio hier, das heißt, oder ist es Podcast, die Leute, die das jetzt hören, die können nicht sehen, dass Ines sofort nickt und strahlt. Mit welchen positiven Ausdrücken, Emotionen ist das Thema verbunden? Also nach unseren Kursen, was immer passiert ist, dass die Kinder sich so viel selbstsicherer fühlen. Also es ist wirklich ein Gefühl von Freiheit da. Ah, ich kann das jetzt selbstständig, ich kann jetzt selbstständig mit dem Rad in die Schule fahren, ich kenne mich jetzt besser aus, ich kann jetzt Mama und Papa gewisse Regeln erklären, die die vielleicht selber noch gar nicht wussten. Also es ist wirklich diese Freude da. Wir legen auch ganz viel Wert darauf, dass wir sie immer wieder positiv verstärken. Das heißt, es gibt bei uns keine schwarze Pädagogik oder negative Aussagen. Das heißt, es wird alles positiv angenommen und wir schauen wirklich darauf, dass sie Spaß haben am Lernen. Und das merkt man dann auch. Also sie gehen alle von dort weg und sind wirklich, wirklich happy, dass sie jetzt da vier coole Stunden mit uns verbracht haben. Hast du ein konkretes Erlebnis, was dir einfällt, was du uns kurz beschreiben kannst, was du besonders magst oder was du sagst, wenn dich jemand fragt, was macht dir Spaß an dem, was du tust? Was macht mir Spaß? Alles macht mir Spaß daran. Wow. Weil ich wirklich jeden Tag funkelnde, leuchtende Kinderaugen sehe und weiß, wow, ich habe jetzt dazu beigetragen, dass diese Kinder auch sich sicherer fühlen, aktiv, mobil unterwegs zu sein. Und viele von denen werden das sicher dann öfter machen. Sagen sie auch am Ende immer, ja cool, jetzt traue ich mich, jetzt fahre ich dann öfter mit dem Fahrrad in die Schule oder jetzt frage ich meinen Papa, ob wir mal gemeinsam in den Wald mit dem Fahrrad fahren. Also das ist einfach etwas, was mir extrem viel positive Emotionen gibt. Und letztens hat ein sechsjähriges Kind, also wir machen ja auch andere Kursformate, dann sind kleinere auch dabei, hat ein sechsjähriges Kind gesagt, naja, also im Auto, da ist man so abgeschottet von allem und da kann man ja mit niemandem reden und das ist alles irgendwie so komisch, aber auf dem Fahrrad, da ist man frei. Und ich dachte so, ja, genau darum geht es, auf dem Fahrrad ist man frei. Super, alle drei Personen, die jetzt hier sitzen, freuen sich, wenn sie das hören. Das klingt ziemlich ansteckend. Nun sitzt hier noch jemand anders, Jonas und irgendwie hat er, glaube ich, auch was Ansteckendes. Als Profession auf dem Schild, das Jonas auf sein Hemd geklebt hat, steht Crossover Tandem. Was ist Crossover Tandem? Ja, Crossover Tandem ist ein Verein, der im Moment aus drei Personen besteht und da merkt man schon das Crossover. Es ist nämlich einmal die Eva aus Polen, der Roland aus Österreich und ich aus Deutschland. Das heißt, wir haben hier schon mal Grenzen passiert und machen was gemeinsam. Und genau das Gleiche, genau diese Idee dahinter, dass wir gemeinsam was tun, einander vertrauen und miteinander vorwärts kommen, das ist dann auf dem Tandem noch schneller möglich als zu Fuß oder sonst wie. Und jetzt im Gespräch hat man es ja auch schon gehört, das steckt halt einfach an. Also Tandem fahren ist was Tolles. Und wenn man mit Menschen, mit denen man noch nie Tandem gefahren ist, so wie jetzt zum Beispiel Ines und ich, wir haben so viele gemeinsame Erlebnisse in einer wahnsinnig kurzen Zeit sammeln können. Am zweiten Tag wussten wir nicht mehr, wie lange wir schon miteinander unterwegs sind. Und alleine das ist schon genial und das ist natürlich jetzt nicht der Kernteil der Vereinsarbeit. Der Kernteil der Vereinsarbeit ist, dass wir Menschen miteinander zusammenbringen, aus der Verwaltung, aus der Politik und aus der Zivilgesellschaft. Und wir laden unheimlich gerne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ein, Bauamtsleiter, Polizei, alles, also auch Parteimitglieder oder wen auch immer. Und ja, laden dazu ein, gemeinsam die Stadt, in der sie leben, für die sie zuständig sind, neu zu entdecken von der Tandemperspektive aus. Und das im Gespräch miteinander. Das heißt, das, was ihr beide jetzt gemacht habt, dass ihr zusammen, ohne das vorher geprobt zu haben, von Mannheim hierher gefahren seid, im Mannheim das Fest mitgenommen habt, hier die Parade mit dem Batschen. Entschuldigung, das Wort hängt jetzt gerade so. Es ist bestimmt ganz schlimm, wenn Deutsche versuchen, das so auszusprechen. Ja, ich finde es lustig. Ja, man sieht es mir nach, bitte. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, was ihr auch mit Crossover Tandem macht. Ja, ist ein kleines Beispiel. Also in der Regel sind wir bei der Vereinsarbeit dann in den Kommunen unterwegs und machen dann, je nachdem, wie wir dort eingeladen sind oder was dort passiert, machen wir dann Workshops. Wir fahren dann zusammen mehrfach eine gleiche Route ab oder sagen den Leuten, hier fahrt doch einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten, entdeckt eure Stadt, redet miteinander drüber. Und dann hast du die zum Beispiel Bürgermeister erwähnt oder Leute, die quasi so öffentliche Funktionen haben oder in Ämtern, so habe ich das verstanden und verstehe ich dich richtig, dass ihr die einladet, zusammen mit Bürgern, Bürgerinnen zu fahren, mit Leuten, die direkt Erfahrung vor Ort haben. Ganz genau, ganz genau. Das ist das Ziel, dass die Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Es geht nicht darum, dass wir mit jemandem, den wir noch nicht kennen, in der Stadt, die wir nicht kennen, Fahrrad fahren. Das können wir selber machen, sondern es geht darum, dass die Menschen miteinander reden. Denn häufig hat man ja eben diese Barrieren und da kommt genau wieder dieses Crossover ins Spiel, dass wir eben diese Barrieren überwinden gemeinsam. Und das Tandem ist dazu ein wunderbares Instrument, weil es halt schöner ist, zu zweit auf ein Tandem zu fahren. Ich kriege immer wieder die Frage gestellt, ist klar, kann man auch alleine auf ein Tandem fahren? Ja, kann man. Aber es macht halt doppelt so viel Spaß, wenn man zu zweit fährt. Und da muss ich nochmal an der Stelle die Klassikerfrage stellen. Wer sitzt dann von, aber einfach auch um dieses, weil es vielleicht nochmal einen Unterschied macht, ob, jetzt sage ich mal, die Bürgerin, die dem Bürgermeister irgendwie zeigen will, das ist eine schwierige Verkehrssituation. Ich habe mich gerade gefragt, vielleicht ist es am besten, sie sitzt vorn, der Bürgermeister sitzt hinten, weil man ja auch oft auf ein Tandem, wenn man hinten sitzt, wenn man das noch nicht gemacht hat, wenn man so ein bisschen Kontrolle abgeben muss, vielleicht das noch etwas stärker empfindet, wenn eine Problemstelle, weil man sich noch stärker vielleicht fragt, oh, 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 jetzt wird es hier brenzlig, hoffentlich macht sie das richtig. Ich assoziiere jetzt hier ein bisschen. Das heißt, gibt es da so eine klassische Sitzordnung? Lokale Expertin sitzt vorn oder wird das immer mal durchgetauscht? Nein, das ist tatsächlich so, wie sich die beiden dann darauf verständigen. Da geben wir nichts vor. Und das Tolle ist ja, dass alleine schon dieses, wer sitzt wo, das ist ja schon das Erste, wo man miteinander reden muss. Also Tandem funktioniert nur mit Kommunikation und nur mit Vertrauen. Und alleine schon diese Frage, die bietet schon so viel Gesprächsstoff, dass man dann schon mal ein Grundvertrauen aufgebaut hat. Dann geht natürlich noch das Nächste, wer schon mal Tandem gefahren ist, kennt das. Wie fahren wir los? Rollern wir an? Treten wir kräftig in irgendein Pedal und hoffen dann, dass es klappt? Oder wie stellt man sich auf? In welche Richtung möchte man? Das sind lauter so Fragen. Über die muss man sich dann einigen. Und das klappt dann seltsamerweise immer wieder. Ja, das ist einfach genial, was da alles passiert. Wir hatten dann eine schwierigere Zeit. Das war die Corona-Zeit, wo es halt eigentlich nicht mehr möglich war, Menschen zusammen einzuladen und gemeinsam dann gerade diese größeren Treffen dann in Bürgerhäusern oder in einem Restaurant oder wie auch immer Treffen stattfinden zu lassen. Und dann sind wir übergegangen auf ein Videoformat. Also da kann man dann auch mal was sehen, was jetzt im Podcast nicht geht. Aber den Link wird es sicherlich dann geben mit www.tandem-crossover.eu. Da sind dann auch Videos, die Hülle und die Fülle auf YouTube. Und das Tolle war dann bei dem Radgipfel, wo Ines und ich uns kennengelernt haben, da sind dann einige von diesen Videos gezeigt worden, quasi so als Brücke zwischen Pause und dem nächsten Vortrag. Und alleine diese Bilder, wenn man dann Menschen sieht, die sagen, boah, das ist toll, was sie da machen. Das macht was mit einem, das ist super. Du hast gesagt, ihr werdet eingeladen. Wer lädt euch ein? Ja, das kann sein, dass die eine Initiative in der einen Stadt sagt, schau mal, die waren bei uns und in zwei Tagen kommen die zu euch. Also angefangen hat das Ganze mit einer Reise von Roland und Eva. Die haben sich ein Bambustandem tatsächlich in Wien gebaut, per Hand in einem Workshop und sind dann mit diesem fertigen Tandem rausgefahren, haben dann eine riesenlange Reise von Österreich bis rauf nach Schweden und wieder runter zurück nach Österreich gemacht über mehrere Monate und sind dann einfach von einem Rathaus zum nächsten gefahren, haben überall E-Mails vorher hingeschrieben. Wenn sie keine Antwort gekriegt haben, dann hat geklingelt, gefragt, ob der Bürgermeister da ist. Und es hat tatsächlich in 36 Städten geklappt, mit dem Bürgermeister zu fahren. Und es gab dann manchmal Pressegespräche, es gab Bürgerinitiativen, die sich gemeldet haben. Ja, und alle möglichen anderen Formate, manchmal in Schulen, manchmal mit einer Bike-Kitchen, Reparaturwerkstätten und Kulturzentren. Habt ihr einen Fuhrpark? Das heißt, wenn euch jetzt jemand hört in einer Stadt, wo ihr noch nicht wart, in Bregenz, vielleicht war ihr da auch schon, und sagt, Crossover-Tandem muss hierher und bringt mit, was geht. Wie viele Tandems habt ihr? Also jetzt mehr, ja. Es gibt tatsächlich das Bambustandem, das steht in Graz. Und dann habe ich noch das Pino in Fulda. Und ich habe tatsächlich noch ein Tandem geschenkt bekommen. Das war quasi ein Tandem, das stand auf einem Hof in einer Scheune mehrere Jahre und niemand hat es verwendet. Und irgendwann habe ich dann gefragt, ob es nicht ein Tandem gibt, weil dort eine Dame gesagt hat, sie würde gerne mitfahren bei ADFC-Ausfahrten, hat aber kein Tandem und kann auch nicht selber sicher im Verkehr fahren. Da wäre dann wieder die Frage, kann man das lösen über Radfahrschule und Training? Wahrscheinlich teilweise. Aber mit dem Tandem ist das halt viel unterschwelliger und viel einfacher. Dann fährt man einfach mit und muss sich vorher um nichts kümmern. Und dieses Tandem ist jetzt bei mir. Und wer jetzt so ein Tandem braucht, bitte gerne. Also das sind die drei Tandems, die wir im Moment haben. Jo, meldet euch. Ja, na klar, wer vorher ein Radfahrtraining braucht, der Radfahrschule schulte blickt. Und Jonas, du hast vorhin gesagt, dass ihr in, du bist in Deutschland, ihr habt eine Kollegin, Mitarbeiterin in Polen und in Österreich. Sind das auch die Länder, in denen ihr das anbietet? Naja, also diese große Tour, von der ich vorhin gesprochen habe, die ging durch Halbosteuropa und dann wieder zurück über zentraleuropäische Staaten. Also da machen wir da überhaupt keinen Unterschied. Wer jetzt denkt, die Stimme ist irgendwie bekannt beim Antritt? Ja, ich war schon mal beim Antritt vor einigen Jahren und da habe ich aus Moskau erzählt. Ich habe damals in Moskau gelebt, jetzt lebe ich in Fulda. Und dort habe ich auch dann tatsächlich Eva und Roland kennengelernt. Die sind mit der Idee im Kopf, aber ohne Tandem nach Moskau gekommen. Und haben dort auf der riesigen Bühne vom International Winter Cycling Congress von ihren Aktivitäten erzählt. Und sind dann auf dem Tandem, das ich mir damals in Russland gekauft hatte, aus einer Fabrik in Perm, mit langer Tradition, wurde dann neu gegründet, sind die dann auf diesem Tandem mit uns gefahren und hatten dort tatsächlich dann auch an diesem Tag, an diesem Konferenztag, den Bürgermeister von Almetev eingeladen, der sich dann sofort gemeldet hat, hat gesagt, natürlich, er macht einmal mit uns ein Interview und er fährt mit uns Tandem, obwohl er die Hand eingebunden hatte. Ich weiß gar nicht, was er für ein Problem hatte, aber er war gerade nicht auf der Höhe, ist aber trotzdem mit uns Tandem gefahren, im Winter, im Schnee. War eine geile Sache. Okay, also wer auch immer das in Europa hört, in welchem Land, das ist alles machbar. Man kann es zumindest versuchen bei Cross-Over Tandem und die Radfahrschule Schulterblick. Ines, du bist selbst in Wien, richtig? Genau, also wir unterrichten primär in Wien und Niederösterreich und versuchen jetzt eben auch ein wenig unsere Fühlerchen auszustrecken, eben jetzt möglicherweise auch Richtung Deutschland. Also wer Interesse daran hat, bitte gerne mit uns in Kontakt treten. Wunderbar, dann will es die Tradition in diesem Fahrrad-Podcast und auch in dieser Serie der Ausfahrt des Monats, dass man sich bitte, auch wenn es schwer ist, auf einen Moment einigt mit sich selbst oder mit Tandem-Partnerinnen, Tandem-Partner, der besonders heraussteht aus dieser Fahrt. Was fällt, Ines, was fällt dir zuerst ein? Aus unserer Reise jetzt. Der Moment, als Jonas beschlossen hat, auf der Felge 15 Kilometer Eurobike City Parade quer durch Frankfurt mitzufahren. Ja, also ich dachte nur, der spinnt komplett, der spinnt wirklich vollkommen, aber es ist geil und es war auch richtig geil. Vorder- oder Hinterrad? Das Hinterrad noch dazu. Das vordere wäre, glaube ich, naja, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch doofer gewesen. Das wäre dann schwierig mit Lenken, ja. Da war ich dann froh vorne zu sitzen, muss ich sagen, ja. War es laut? Es war holprig. Ja, holprig. Es war eher, also die City Parade war so laut, dass man unsere Rad nicht gehört hat, aber ich habe es bei jeder Umdrehung gespürt, ja. Das dann schon, das spürt man dann als Vorderer auch, ja. Und Jonas, braucht es eine neue Felge? Das wird uns der Radladen in Fulda sagen, aber ich schätze, ja, wahrscheinlich brauchen wir auch eine neue Felge. So ist das, wenn man sich vornimmt, Menschen, die noch nicht zusammen Fahrrad gefahren sind, zusammenzubringen, da auch mitzufahren und dann ein Ziel hat, nämlich Eurobike zusammen dort mit dem Tandem hinzufahren. Und da hat man, ich sage es jetzt nochmal, Achtung, ein Batschen. Das klingt schon authentischer als zu Beginn. Dann fährt man eben auf der Felge. Ines Inger von der Radfahrschule Schulterblick und Jonas Eberlein von Crossover Tandem sind mit dem Tandem zur Eurobike gereist. Jonas hat mir vorhin kurz von dieser Anreise erzählt und ich dachte mir, da steckt einiges drin. Und ja, wie gesagt, so ganz unvoreingenommen bin ich ja nicht beim Thema Tandem. Insofern danke ich besonders für diese Ausfahrt des Monats und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß bei dem, was ihr da weiter tut. Vielen Dank und weiterhin schönes Radeln. Danke sehr, alles Gute. Danke. Radfahrschule Schulterblick, das finde ich ziemlich interessant, dass Ines da oder was sie darüber erzählt hat, auch dass dieses Thema, was man eigentlich so, glaube ich, in Deutschland so assoziiert mit diesem, die, naja, man macht es halt so mit der Polizei, das ist eher so eine trockene Sache, dass das irgendwie von Leuten gemacht wird, die sagen, hier, es geht darum, auch Radfahren sicher zu machen und damit Bock drauf zu machen. Ich glaube, die Polizei und wer das sonst so macht, die gehen da eher neutral ran. Ja, 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 manchmal auch. Ich war tatsächlich neulich auf einer Polizeiwache, da habe ich auch so Infoblätter gesehen und da dachte ich auch so, ah, es ist immer so, wird so problematisiert. So Fahrradfahren und Helm und also es ist eher so, du, 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 lieber Bürger, achte mal drauf, dass du nicht vom LKW überfahren wirst oder so. Also, ne, ja, neutral ist vielleicht schon nicht ganz unbedingt, also. Ja, ich wollte das jetzt freundlich ausdrücken. Ich will da auch niemandem was unterstellen, weil selber habe ich keine Erfahrung damit. Also, als ich diese Faltblätter in der Hand hatte, weil ich da eben kurz warten musste, da dachte ich so, ah, hm. Es ist gefährlich da draußen und die Warnweste bitte auch, dies und das. Genau, das hatte so diesen Kontext und da dachte ich so, wir würden es anders machen. Und das klingt ein bisschen so, ich habe es ja jetzt tatsächlich nicht hören können, weil ich keine Zeit hatte und es mir auch eigentlich ehrlicherweise technisch unmöglich war bisher, dieses Gespräch zu hören. Aber was du erzählt hast, deutet ja darauf hin, dass es eben ein anderer Ansatz ist und das finde ich auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr wichtig. Ja, finde ich auch gut und da Lust drauf zu machen und deswegen soll ich nochmal schöne Grüße von Ines sagen. Schulterblick.at ist die Adresse dieser Radfahrschule und es sollen sich sowohl Leute melden, gerne, die innerhalb Österreichs da irgendwie mitmachen wollen oder vielleicht auch Interesse an diesen Kursen haben, als auch Leute eben in Deutschland. Denn wir haben es gehört, Ines ist nach Deutschland gekommen zur Eurobike, weil bis jetzt haben sie da noch nicht so Kontakt zu Initiativen, die es da gibt oder zu Leuten, die sowas schon machen. Und falls jetzt jemand da irgendwelche Fragen hat, also sowohl ich will mitarbeiten, als auch was können wir machen, dass ihr das hier bei uns macht, meldet euch gerne schulterblick.at ist da die richtige Adresse. Und da sage ich jetzt ganz klischee-mäßig laiwärnd. Genau und Jonas findet ihr unter Crossover Tandem, wenn also jemand mal sagt, das ist eine gute Idee, dass hier Leute zusammen Tandem fahren, die es noch nicht gemacht haben und vielleicht die Bürgermeisterin oder sonst jemand einfach mal mitgenommen werden will, soll, darf dann Crossover Tandem. So sieht es aus. Sehr gut. Jetzt, Christian, will ich dann trotzdem nochmal zu deiner abrupten Abreise von der Eurobike kommen, die du da gemacht hast. Du musstest weg, weil du hattest einen wichtigen Termin in Berlin und ich habe dann danach erfahren, es ist richtig, dass Christian erfahren ist. Mit dem Termin hat sich gelohnt. Was passiert? In kurz, wir haben den Deutschen Podcastpreis gewonnen mit Teurer Wohnen. Es kommt mir schon so ein bisschen vor wie täglich grüßt das Murmeltier, aber tatsächlich hat dieser Podcast, der schon ein bisschen älter ist, aber erst in diesem Jahr für den Deutschen Podcastpreis in Frage kam, weil er, da gibt es immer so Grenzen, wann muss was erschienen sein und so. Also in dem Zeitraum, für den der Podcastpreis vergeben wurde, war Teurer Wohnen genau drin und vorher eben gerade nicht. Ja, das Ding haben wir gewonnen. Irre. Also ehrlicherweise, genau, ich bin so ein bisschen holterdiepolter abgereist, saß dann vier Stunden im ICE und habe nicht so viel erwartet zusammen mit Charlotte. Haben uns irgendwie einen schönen Abend erwartet, waren natürlich auch viele Podcasterinnen und Podcaster da, die wir auch kannten, hatten irgendwie coole Gespräche und dann aber natürlich kurz vorher, wenn dann so deine Kategorie kommt, in der du nominiert bist, in dem Fall jetzt das Podcast Radio Detektor FM für Teurer Wohnen zusammen ja mit Radio 1 vom RBB, dann merkt man schon, wie der Puls auf einmal irgendwie höher schlägt und wenn man dann die Begründung hört und dann irgendwie so denkt, das passt bei unserem Podcast ganz gut und für den anderen nicht unbedingt. Und dann kommt der nächste Satz und man denkt sich so, das passt noch besser sogar zu unserem Podcast. Dann wird man langsam doch sehr aufgeregt und freut sich irgendwie. Ich kann dazu sagen, dass das nicht mit dir abgesprochen ist, dass ich das jetzt hier anspreche in dieser Moderation. Ich mache es aus eigenem Antrieb. Also Teurer Wohnen hat, ich komme inzwischen nicht mehr so ganz hinterher, für was dieser Podcast alles diesen Preis bekommen hat und ich freue mich an dieser Stelle wieder und aufrichtig für die Leute, die ich ja während dieser Produktionszeit dieses wirklich aufwendigen Podcasts hier immer gesehen habe und auch echt, also man hat den angesehen, wie viel die da reinstecken und Ja, neun Monate kann man sagen intensive Arbeit und hier in diesem Studio übrigens auch. Hier in diesem Studio ist Teurer Wohnen entstanden. Vielleicht kann so ein bisschen von dem Feenstaub auch auf diesen kleinen, aber vor allem Radio-Podcast-Antritt ablaufen. Ja, aber nee, deswegen läuft das heute so gut. Finde ich einfach cool und ist doch immer gut, wenn sich solche Arbeit lohnt. Deswegen an dich und an die Leute, die da mitgemacht haben, einfach nochmal Glückwunsch. Finde ich ziemlich gut und da würde ich sagen, dann kannst du auch mal von der Eurobike abreisen früher, wenn du dir das noch abholen kannst, darfst, musst und dann eben auch sollst. Ja, also ich sage an der Stelle wirklich nochmal Danke. Ich nenne sie jetzt einfach mal die, die am intensivsten daran gearbeitet haben. Charlotte natürlich als Host, Rabea aber auch als großartige Reporterin. Stefan, der das Ganze organisiert hat hier bei uns. Benni, der den Sound mitentwickelt hat. Volker Bertelmann, der den Soundtrack gemacht hat. Und nicht zu vergessen, Sten Lorenzen von Radio 1, der sozusagen der Redakteur war mit dem Stefan. Sehr, sehr viel. Und auch natürlich Charlotte im Austausch waren. Und dann, wenn ich schon einmal Namen genannt habe, dann auf jeden Fall Jens Jarisch vom RBB. Und auch auf jeden Fall Robert Skopin, den damaligen Chef noch von Radio 1, der das überhaupt erst möglich gemacht hat. Also krasser Podcast. Du hast gesagt, wir haben den Grimme Online Award gewonnen. Es gab den Deutschen Radiopreis, den Deutschen Podcastpreis. Und letztes Jahr sind wir auch noch von Apple, von Apple Podcast als Podcast des Jahres ausgezeichnet worden. Viel mehr geht eigentlich nicht. Und ich bin wahnsinnig dankbar. Wie gesagt, wir sind da angereist und haben eigentlich gar nichts erwartet. Aber es ist dann umso schöner, wenn man dann so einen Preis gewinnt und auch weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Also du hast es angesprochen, wie viele Monate das Team hier intensivst irgendwie an diesem Podcast gearbeitet hat. Schön zu sehen, dass sich das oft dann eben auch auszahlt. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Ja, das tut es natürlich immer. Und ansonsten wäre es ja auch langweilig, wenn sich das alles berechnen ließe. Es gibt ein paar Dinge, auf die kann man sich verlassen. Und ein paar, die sind einfach Überraschungen zu der ersten Gruppe gehört. Dass es eben, wie schon mal angesprochen und wie schon öfter erwähnt, diesen Fahrradpodcast zweimal gibt im Monat. Und auch im August wird das so sein. Am 2. August gibt es die erste Ausgabe dieses Fahrradpodcasts. Und ihr erreicht uns bis dahin unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten. Und natürlich auch auf Instagram oder Facebook oder Mastodon. Absolut. So soll es sein. Und wenn wir einmal dabei sind, hier Traditionen öfter anzusprechen, wie wir es gemacht haben in diesem Podcast, in dieser Ausgabe, dann müssen wir natürlich auch sagen, Christian, die Tradition will es, dass du an dieser Stelle bitte noch einen Song vorschlägst. Und ich bin sehr gespannt, was es ist, weil ich weiß schon wieder nicht, welcher es sein wird. Ja, und es soll auch so sein und so bleiben. Ich habe es am Rande schon so ein bisschen angesprochen, um es so ein bisschen einzuleiten, welcher Song jetzt kommt. Ich war tatsächlich im Juni im Urlaub, also Ende Juni zwei Wochen in Frankreich unterwegs. Tatsächlich auch einen Abend und einen Morgen in Paris auf der Champs-Élysées auch. Habe da auch gedacht, ach guck, hier ist dann immer die Etappe und dann ach da ist hier und so und hier fahren sie, ach da ist dann und so. Habe ich mir nochmal ein bisschen angeguckt, ein bisschen Streckenkenntnis mir besorgt, obwohl es ja dieses Jahr eben für die Cuts ist. Aber der Song, auf den ich hinaus will, der, naja, ich will sagen, du hast vorhin irgendwo kurz gesagt, emotional, der transportiert für mich so ein bisschen so ein Urlaubsgefühl. Er ist auch ein bisschen drüber, muss ich sagen, aber trotzdem, ja, ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Also nicht quasi totgespielt. Ja, nee, nicht totgespielt, sondern im Sinne von vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen oder so, aber egal, ihr könnt euch ja ein eigenes Bild davon machen. Der Song heißt Wasserfahren. Die großen Fans werden es jetzt natürlich schon wissen, um welche Band es geht. Nein, die Band kennen wahrscheinlich nicht so viele Leute, ist ein Hamburger Trio, Schorle heißen die. Und ich finde, er hat einfach einen guten Vibe. Da bin ich sehr gespannt. Nämlich unterwegs sein, Urlaub haben und ich finde, deswegen passt er auch so super gut jetzt in diese Juli-Ausgabe. Ihr hört, Schorle mit Wasser fahren. Viel mehr kann ich eigentlich und will ich auch gar nicht in dieser Ausgabe noch sagen. Ja, und das dicke Auftragen muss man auch mal, haben wir eh gemacht in dieser, eben gerade auch in dieser Ausgabe und das seid ihr gegönnt. Und sowieso Schorle mit Wasser fahren, denke ich, schon wieder ein Transporträder. Aber gut, das können wir klären, wenn ich das diesmal gehört habe. Denn ich kenne den Song nicht und ich wünsche gute Fahrt. Au revoir. Salut. Servus. Du knärfst die Augen zusammen, wenn du in Richtung Himmel guckst. Die Sonne auf 12 Uhr ist, ist sie mich warm, Ende August. Ich weiß, du hast heute mal ausnahmsweise keinen Plan. Und deshalb frag ich dich, willst du mit mir heute ans Wasser fahren? Wer gern für immer, immer unterwegs Wer gern für immer, immer mit dir unterwegs Die Sonnenstrahlen scheinen durch die Scheibe auf unsere Brust Du klopfst die Blende runter und lehnst dich rüber für einen Bus Wir fahren schon seit Stunden weit entfernt von der A1 Ich hab mein Ziel erreicht und dabei hatten wir eigentlich niemals Wär gern für immer, immer unterwegs Wär gern für immer, immer mit dir unterwegs Wär gern für immer, immer unterwegs Wär gern für immer, immer mit dir unterwegs Du und ich und eine alte Flasche Wein 100 Stunden lang deine Hand auf meine Beine Am liebsten immer, immer unterwegs Wäre gern für immer, immer mit dir unterwegs Wäre gern für immer, immer unterwegs Wäre gern für immer, immer mit dir unterwegs Wäre gern für immer, immer, immer unterwegs